Also Friends, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen im Hotel, wo nur Jaya und ich mal chillen können, mal relaxen können. Weil ich glaube, wer die Podcast schon gesehen hat, wer die Vlog schon gesehen hat, Andy und Jaya sind viel gerade am machen, weil wir sind am Tomorrowland. Also Tomorrowland Winter Edition. Wir sind jetzt gerade selber in den französischen Alpen und machen ganz viel Action. Aber das ist nicht das Thema von heute. Das Thema von heute ist Jaya. Also ich glaube, viele Leute, die Andy und Klöck kennen, die kennen auch Jaya, muss man schon sagen. Du bist schon ein Name geworden auf dem Kanal. Jaya von Andy Klöck. Jaya, du bist wie dieser Mond. Du schwebst, du bist ein Teil vom Ganzen, aber es ist auch diese Distanz halt. Man zeigt dich einmal im Monat so. Ja, man zeigt dich einmal im Monat so, im Vollmond. Und ich glaube, viele Leute, also viele Zuschauer, die haben viele Fragezeichen zu dir, weil ich kenne ein bisschen deine Geschichte. Also ich kenne deine Historie, ich weiß, wo du angefangen hast, wo du jetzt gerade stehst. Ja. Aber für die meisten Leute bist du einfach so dieses schwarze Model. Mysterium. Mysterium, eben Influencer, dies, das, ananas. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Thema von Podcasts, so vor allem du. Kurz noch unsere Vorgeschichte, ich glaube ja auch interessant für viele Leute. Ja. Unsere Vorgeschichte. Willst du anfangen, unsere Vorgeschichte? Wohl, fang du ruhig an, weil ich werde ja eh wahrscheinlich noch viel zum Zug kommen. Ja, ja. Deswegen starte du ruhig an. Also ich glaube, wenn man es so zusammenfassen kann, wir kennen schon über zwei Jahre, also über zwei Jahre sind Jaja und ich befreundet. Eigentlich kurze Zeit. Kurze Zeit eigentlich, ja. Eigentlich kurze Zeit. Eigentlich kurze Zeit. Und ich muss auch sagen, ja, du gehörst zu den einzigen Leuten, die ich durch Social Media kennengelernt habe, die so enge Freunde von mir sind. Weiß ich meine, die ich mir nach Hause einlade, um die ich mich so sorge und kümmere. Ja. Aber nicht so unterbewusst, so. Es passiert unterbewusst. Und das ist eine Seltenheit, weil ich glaube, viele von euch wissen ja auch, wir kennen sehr viele Influencer. Also wir kennen ja die ganze Bubble in Deutschland. Und die meisten Leute sind einfach so ein bisschen ekelige Ratten. Was normal ist. Das ist so ein Game. Ja, das ist ein dreckiges Business. Das ist das Business leider. Was aber nicht teilt, dass ihr auch so sein müsst seid nicht so. Und ich, also zum Anfang, es war so, ich kannte dich durch diese Reaktionsvideos von uns. Also wir haben ja, wer sich noch erinnert, wir haben früher vor allem sehr viele Videos gemacht bezüglich Kollektionen Reviews. Wir haben Kollektionen angeschaut von deutschen Brands und das Ganze. Und da warst du auf Model. Du warst im Model bei ADR, bei Unwain Studios, wo noch bei Effected, zehnmal Brands auch, wo du in Deutschland mitgemacht hast. Bro, ich habe die gar nicht alle auf dem Film, das ist auch schon so lange, lange her. Aber das hast du alle durchgemacht auf jeden Fall. Also sehr viele auf jeden Fall. Ja, ja. Und deswegen vom Visuellen hat man Jaya immer so gigantmäßig, weil er war irgendwie überall vertreten. Da warst du das IT-Model der deutschen Brands. Streetwear. Ja, Streetwear Brands, genau. Das IT-Model, Streetwear Brands. Und irgendwann haben wir sich getroffen an einem Event. Weißt du, in Berlin, glaube ich, war das? War das Berlin-Event, das Adidas-Event? Kann das sein, dass wir das erste Mal dort so richtig so gequatscht haben? Da haben wir zum ersten Mal uns die Hand gegeben, auf jeden Fall. Ja, so ein Realize. Ich weiß noch, da hast du Jeremy Scott Adidas-Adidas-Adidas. Genau, genau, genau. Ja, ja, Jeremy Scott Adidas-Blazer, Bro. Ja. Schwarze Hose, auch starker Fit, Bro. Ja, war wilder, wilder, wilder. Ja, ja, safe. Da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und du warst aber eh auch noch mit Aschroff, glaube ich. Ja, ich war mit Aschroff. Noch mit Soren. Und du warst halt viel auch am hin- und herlaufen. Ja, ja, genau. Und dann haben wir uns wirklich nur kurz gesehen, Bro, kann sein, zwei, drei, vier, fünf Minuten connected. Dann ist auch irgendeine Person gekommen, hat ein Interview mit uns gemacht von ARD. Stimmt, stimmt. Die meinte so, ja, ey, ihr seid perfekt, kommt rein und so weiter. Dann haben wir das gemacht, haben wir wirklich nur kurz connected. Und das war es eigentlich an dem Tag, oder? Ja, ja. An dem Tag. Aber wir haben davor geschrieben, ja. Aber wir hatten schon davor Kontakt. Davor, ja. Davor haben wir, ja. Weil wir hatten mehr zu Mutual Friends. Und das war der Anfang. Und da kam auch direkt das legendäre Berghain-Video. Aber Bro, warte, eine Sache wichtig so. Ich kannte euch wahrscheinlich noch früher als ihr mich, weil ich habe eure Videos geschaut. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, ich habe die schon früh, früh geschaut, diese ganzen Videos, Bro. Ja. Milano-Vlog, Bro. Ja, ja. Weißt du, diese Mid-Models, Bro. Ja, ja, ja. Mid-Models bewerten meine Fashion-Sachen. Ja, ja. Als ihr noch mehr Fashion gemacht habt, tatsächlich. Nur Fashion. Nur Fashion. Genau, es war sogar nur Fashion. Als Klöte seinen ersten Omronomat geholt hat. Ja, ja, wow. Bro, ich weiß noch, also ich war wirklich schon früher tief drin, Bro. Und dann haben wir uns connected. Und das Ding ist, wenn man diese Videos schaut, wie du auch gesagt hast, man weiß mäßig, wie ihr tickt. Man checkt es zumindest in dieser Fashion-Bubble. Und dieses Fashion-Ding ist ja jetzt erst so ein bisschen in den Mainstream gekommen. Safe, safe. Früher war das ein Leash, Bro. Ich dachte mir so, boah, ihr seid so wie ich. So gleichgesinnte so. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber für die meisten Leute sind wir heutzutage, also für die meisten Zuschauer, auch wenn ich mir denn schreibe, auf Instagram und sonst wo. Wir sind für die Freunde, die sie nie hatten. Weil zum Beispiel, stelle vor, du lebst irgendwo, du lebst irgendwo, was gibt es, Bro, in Wuppertal. Ja, ja. Kleiner Dorf, weißt du, Wuppertal. Shoutout Wuppertal. Shoutout Wuppertal NRW. Stell dir vor, du lebst da und du bist so ein junger Homie, boah, sagen wir, zwischen 16 und 20 Jahre jung. Ja. Und du findest dich in dieser Mode-Bubble drin, aber nicht in diese NPC, ich trage jetzt die neueste, ich weiß nicht, No-Face-Studios-Hose mit Lowlight-Studios-Jacke. Ja. Diese Filme. Sondern du hast mehr Bock auf diese tiefe Mode, weißt du, wie ich meine? Diese komische Gucci-Pullover. Ja. Diese Rick Owens-Piece, die keine Schwarzkeit. Diese Heide Ackermann. Ja, Heide Ackermann. Diese. Ja, Mann, ich check. Die sind tiefer drin. Und für diese Leute sind wir eigentlich bis heute noch so ein Ankerpunkt. Ja. Und ich habe auch gerade gestern mit dem Abonnent geschrieben, ob wir vielleicht irgendwann so eine Plattform eröffnen können, vielleicht auf Disco oder so, wo sich so alle Leute, alle so Men of Culture sich so connecten können. Okay, krass. Das war eigentlich ein krasser Move. Hä? Das ist immer so ein krasser Moment. Dann checkt man schon gar nicht einen YouTuber so. Aber Community auch eh krass. Das muss man auch Shoutout geben an die Brees, an die Andi und Klöt, an Leute. So, immer auch, wenn die mich sehen, Bro. So, egal wo ich bin, Bro. Silvester, ich war Frankfurt, Bro. Zehn Leute kamen, Bro. Frankfurt, eure Community, ist da, Bro. Die sind gekommen, die so, ah, ja, ja, Men of Culture und so weiter. So, dann sind die reingekommen, Bro. Hab ich mit denen gequatscht. Die sind doch immer cool, Bro. Und die wollen doch immer mit einem Shots trinken und so. Wollen immer einem was Gutes tun, Bro. Sehr cool Leute. Haben manchmal ein, zwei Fragen, Bro. Ich liebe das dann auch mit denen zu quatschen, Bro. Weil das sind richtig coole Leute, so weißt du. Aber du weißt gar nicht, wie, also auch oft, wenn ich mit so anderen Leuten unterwegs bin, so, sagen wir, Leute, die ich außerhalb YouTube kenne, wie oft ich einfach sich so wieder eine holen muss, weil ich einfach so zehn Minuten mit so zuschauen quatsche. Ja, ich check. Über alles mögliche und auch eben gerne auch Spendien. Also, Bro, ich bin immer jemand, den Zuschauer kommen, Bro. Ist ja auch gestern passiert, vorgestern. Ja, genau, genau, genau. Im Festival, zwei Abonnenten getroffen. Übrigens, eine von den fünf Prozent auch. Ja, eine von fünf Prozent Frauen. Von den fünf Prozent Frauen. War verrückt. Und dann hast du ja auch nochmal ein bisschen mehr Zeit mit denen gescheitert. Ja, ja, klar. Weil, Bro, ich hab immer dieses Gefühl, so stelle dir vor, damals, vor zehn Jahren, Bro, als wir noch so diese junge, 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 junge Hüpfer waren, Bro. Ja. Und man schaut diese YouTube und man sieht sie in real life. Ja. Bro, man kann so, in den meisten Fällen wird man enttäuscht. In den meisten Fällen wird man so, bekommt man diese abgehobene Schulter ab. Und das wollte ich nicht, das wollte ich nicht machen, Bro. Ich wollte nie so sein. Für dich glaubst du, das könnte dieses Ausmaß annehmen? Also, ich glaub ja eh, dass alles noch größer wird. Ja, hundertprozent. Ich glaub, dass euer Kanal, beziehungsweise dein Channel, deine ganzen Channels noch sehr, die werden, glaub ich, noch explodieren. Ich glaub, die werden noch sehr riesig. Bei mir, denk ich, wird das Gleiche auch noch passieren, Bro. Aber weißt du, was das Ding ist? Glaubst du, du kannst das dann noch standhalten? Ja, ja. Ich hab's mir versprochen. Ich hab's mir als, die Sache ist, wir haben ja alle dieses Influencer-Alter-Ego. Zwar ist es bei uns sehr nah an unserer realen Persona. Was sehr gut ist. Was sehr gut ist, aber trotzdem, ab und zu haben wir diese Gespräche untereinander zwischen so, mir selber als André und Andy. Ja. Und ich, André hat Andy gesagt, ey, du wirst niemals dieser abgehobene Wichser. Du kannst es nicht machen. Du darfst nicht, du darfst nicht. Egal, wie groß du bist, weil die Leute, die jetzt schauen, du, der zuhört, ihr seid der Grund, wieso wir hier sind. Ja, Mann, hundertprozent. Das ist so. Und wo, an dem Tag, wo du das vergisst, das ist der Startpunkt ins Tief. Ja. Das ist der Startpunkt, das sind die ersten Turbulenzen. Ins charakterliche Tief auch so. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier in den französischen Alpen und auf dem Weg hierhin. Also wir sind auch mit anderen Influencern hier, muss man auch sagen. Aus der ganzen Welt. Die kommen aus Brasilien, die kommen aus der Türkei, die kommen aus Italien, was auch immer, sind die alle hier. Und ich bin angekommen und da war noch ein Girl. Und wir mussten zusammen mit dem Fahrer hier zum Hotel fahren. Und die hat mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt, nicht mal Hallo gesagt, nicht mal die Hand geschüttelt. Nichts. Solche Leute, müsst ihr euch vorstellen, gibt es. Und dann fahrt ihr zwei Stunden lang in einem Auto mit denen und sitzt neben denen. Und eigentlich könnte das doch ganz entspannt sein, weil eigentlich, Bro, du bist Influencer, die andere Person auch. Ihr könnt euch eigentlich bereichern, indem ihr Gespräche habt. Ihr müsst ja nicht unbedingt connecten, das ist ja eh gar keine Frage. Aber wenigstens, wie geht's, woher kommst du, dies, das, so Sachen herausfinden. Smalltalk oder sowas. Aber viele Leute sind sich dafür sogar schon zu schade. Und das ist echt verrückt. Bro, aber ich möchte diese Influencer-Bubble nicht später ansprechen, weil, Bro, das ist auch so eine Quatsch-Bubble. Weil wir müssen sich vorstellen, bei Yaya, der ist halt, wir sind beides sozusagen Influencer. Also ich würde eher sagen, wir sind Condemcreator, Tastemaker, sowas eher. Aber wir sind sehr unterschiedlich auch in unserer Angehensweise. Wir haben zwar sehr viele Parallelen, wir haben sehr viele auch so Kreuzpunkte. Aber im Fundament sind wir immer noch verschieden. Auf jeden Fall. Ich habe Fokus auf YouTube, ich habe Fokus auf Instagram und auch der Aufbau ganz anders. Deswegen würde ich dich mal fragen, wie hat das bei dir eigentlich alles angefangen? So an welchem Punkt hast du dich entschieden, ich mache das jetzt? Weil eben die meisten, ich gehe mit dem Herz rein, Bro. Und guck mal, du musst verstehen, Bro, ich wollte studieren nach der Schule, Bro. Ich habe mein Abi gemacht, Voll-Abi am Gymnasium, ganz normal. Ich habe ein gutes Abi gemacht, war jetzt kein Einserschnitt, aber war gut. Hätte eigentlich direkt angefangen zu studieren. Und habe mich eingeschrieben, wurde angenommen für International Business. Wollte reingehen, Bro. International Business? Sonst nicht? Ja, ja, genau. Krass, ey. Ich wollte reingehen, Bro. Wurde dann ein Tag vor, eine Woche, bevor der Studiengang begonnen hat, habe ich einen Brief von dem Dekan von der Uni bekommen und meinte, es gab einen Systemfehler, es wurden zu viele Leute angenehm, wir mussten jetzt noch zehn Leute rauskappen aus dem Studiengang. Und weil du dich als einer der letzten eingeschrieben hast, bist du auch da drunter. Krass. Musste ich kappen machen und dann war ich so orientierungslos. Aber welches Jahr war das? Boah, das war 2000... Warte, 2008... 19? Okay, fünf Jahre her. Ja. 2019, genau. So um den Dreh. Und dann war ich so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Warte, wann war Covid? 2020. 2020. Nee, dann war das 2018. 18, okay. Zwei Jahre vor Covid. Genau. Dann war das 2018. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, nice. Okay, ich muss irgendwas anderes machen. Ich war einen Monat halt lost, weil ich war halt so, okay, ich gehe jetzt in den Studiengang rein, die nächsten drei Jahre und bin schon dead, Bro. Dann ist das dein Ding, Bro, und dann machst du das eigentlich. Weil ich wäre einfach in dieses System gegangen. Ja, klar. Weißt du? Und dann habe ich mir gedacht so, okay, ich kann jetzt einen Monat nichts machen. Ich gehe erstmal einfach irgendwo arbeiten. Dann habe ich bei Kost gearbeitet. Cool. Dann habe ich bei Snipes gearbeitet. Dann habe ich bei Footlocker gearbeitet. So habe ich so diese ganzen... Diese Sneaker-Zeiten. Ich habe so diese ganzen Stores durchgemacht, Bro. Habe da gearbeitet. Wie lange jeweils? Boah, immer so drei, vier Monate um den Dreh. Aber wieso so kurz immer? Wieso umgehüpft? Boah, ich wollte einfach ausprobieren. Den anderen Store mal ausprobieren. Und mal da ausprobieren. Weil am Ende des Tages sind das auch so... Sind schon ähnliche Sachen. Ja, ja. Snipes Footlocker ist schon sehr ähnlich. Aber Kost ist dann schon wieder was anderes. Ich wollte einfach mal gucken, wie es ist. Ja. Und wie gesagt, ich war halt orientierungslos. Und dann ist ein Freund zu mir gekommen und er meinte so, Bro, ich weiß so mit Uni, du wurdest doch nicht angenommen. Blablabla. Lass mal was starten. Und er ist so IT-Rollouter und EDV-Dienstleister und macht First, Second und Third Level Support. Also IT. Ja, ja, der ist drin. Und der ist drin so. Und er meinte so, Bro, du kannst einfach als Quereinsteiger, ich helfe dir dabei, dies, das. Dann machen wir das einfach. Das einzige Problem ist, du musst halt mit mir immer unterwegs sein. Du bist halt nicht mehr zu Hause. Okay. Wie heißt der Junge? Nilo heißt der. Nilo, seid noch gut? Boah, bester Mann. Ich küsse deinen Bruder. Schau doch, Nilo. Bro, wenn ich dich sehe, Bro, ich küsse sein Herz, Bruder. Also wirklich, ich küsse sein Herz. Das ist so, wenn ich dich sehe, Bro, mein Herz geht auf, weißt du? Man ist so glücklich. Man denkt, irgendwie, Bruder, was ist das? Man sieht dich, man denkt dich so, boah, wie schön. Und bei ihm ist es genauso. Und ja, er meint dann so, okay, dann machen wir das. Und dann hatte ich Projekte in der IT, habe aber First Level gemacht. Third Level ist das Einfachste. Das sind easy Sachen, Softwareinstallationen und so weiter. Das ist alles easy. Habe das gemacht. Zwei Jahre lang, Bro, war in ganz Deutschland, Bruder. War in Wolfsburg, war in Düsseldorf, war in Berlin bei ZDF, war bei Audi, war überall. Habe da gearbeitet. Was war dein Mainjob? Mein Mainjob war so, Anwender hat ein Problem, die Software funktioniert nicht, ich muss ihm helfen. Anwender hat ein Problem mit seinem Bildschirm, ich muss ihm helfen. Bist du gut in IT, sagst du? Bro, absolut nicht. Ich bin ja Quereinsteiger, Bro. Und vor allem, guck mich mal an, Bruder. Ich habe in so einem IT-Bereich nichts zu besuchen. So, überhaupt gar kein Hate an den IT-Bereich. Aber das ist ja, die Klischees sind wahr. Also, im IT-Bereich arbeiten oft auch mal wirklich einfach Nerds. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und das ist auch gut so, weil die interessieren sich sehr dafür. Die sind tief drin. Und die sind tief drin. Und ich bin halt da so, Bro, ich habe da gar nicht reingepasst. Also, 0,0. Aber ich habe das gemacht, weil ich musste was machen, Bro. Ich bin dieser Mensch, ich kann nicht nichts machen. Dann mache ich lieber irgendwas, was ich gerade nicht mache, aber ich kann nicht nichts machen. Weil dann finde ich heraus, dass ich das wirklich nicht machen wollte. Und in diesen zwei Jahren habe ich herausgefunden, Bro, du kannst nicht in ein Büro gehen und da arbeiten. Das funktioniert für dich nicht. Das schaffst du nicht. Du kriegst die Krise. Ja, ja. Und dann kam Covid, Bro. Nach diesen zwei Jahren, auf einmal war Covid, ist schon ausgebrochen. 2,20. So, ist schon ausgebrochen. Und dann so zwei, drei Monate in, auf einmal hieß es so, okay, keiner darf mehr zur Arbeit gehen. So, man darf nicht mehr an den Standort fahren. Man muss von zu Hause arbeiten. Und dann war das der Fall, Bro. Habe ich teilweise Homeoffice gemacht. Und dann habe ich angefangen, aber auch Fitpics zu machen auf Instagram. Ich habe immer Fashion YouTube geschaut, Bro. Aber wann hast du dich in Fashion entdeckt? In Fashion entdeckt, Bro. Du hast schon lange, Bro. Also welches Jahr? Bro, 2012 würde ich sagen. Und wie fing das an? Bro, bei mir durch Musik, Kanye West, Bro. Ja, ja, fern. Ich habe Musik gehört, ich habe Kanye West gehört. Die Swag-Zeit, meinst du, 2012? Die Swag-Black-Fashion-Kaviar-Zeiten, Bro. Mit den T-Shirts, wo sie im Sandleiter sind, Bro. Pyrex Vision, Bro. Ja, ja, Hood by Air. Hood by Air, Bro. So von Virgil Abloh auch natürlich. Ey, ich bin da so tief reingegangen in diese Fashion-Zeit. Auch diese ganzen roten Schuhe und so weiter, Bro. Also warst du, warst du in dieser Skater oder in dieser Rapper-Bubble? Oder beide? Das ist das Ding. Ich war früher auch Skater, Bro. Ja, ja. Deswegen habe ich es gemischt, Bro. Ich habe manchmal Nike Janowskis getragen. Boah, heftig habe ich auch, Bro. Ich hatte zu Hause noch Janowskis. Ich habe auch noch zu Hause Janowskis, Bro. Weißt du welche? Ich habe DG Flores, Bro. Das war die mit diesem Blumenprint drauf. Ich habe diese blauen, diese Chameleon. Okay, okay. Die waren auch, aber ich kenne auch deine. Ja, ja, meine waren so Special Edition tatsächlich auch. Crazy Dinge habe ich sehr gefühlt. Aber ich habe auch Nike Air Max in ganz rot getragen. Boah, diese Amerika Edition, diese mit Amerika Flagge oben. Ja, ja, Check Independence Day, Bro. Krass, aber die waren sehr selten. Aber die waren auch tatsächlich nicht echt, muss ich auch in der Schrift sagen. Oh, okay, du warst ein Panda bei Warrior. Es war AliExpress, Bro. Damals schon? Ja, ja, neu entdeckt, Bro. Neu entdeckt, Bro, neu entdeckt. Und dann bin ich so rumgelaufen, Bro. Und wie gesagt, ich habe halt auch Fußball gespielt. Sehr viel Fußball gespielt. Auch gut, jahrelang Jugendbundesliga gespielt, Preußen Münster. Und, Bro, Fußballer lieben Mode. Aber du weißt, wie die Mode lieben. Fußballer sind halt, die haben halt Geld, alles Geld der Welt. Und die haben keine Stylisten. Deswegen gehen die einfach in Gucci rein und holen sich das, wo man sieht, wenn die das tragen, dass die Geld haben. Ja, ja. Ist oft so, aber ist halt dieser neureiche Effekt. Weil die meisten Fußballer sind halt neureiche Leute. Ja, ja. Die haben nicht diese Tradition von so, ey, diese Stealth Money, das sind Investments. Kennen die alle nicht. Auf jeden Fall. Ne, aber da dachte ich mir auch immer schon so, boah, ich will mich auch in Markenkleidung anziehen und so weiter. Die haben mich halt völlig beeinflusst. Natürlich, das waren halt meine Idole. Klar, klar. Weißt du, wenn du da so ein Neymar in so einem Full-Gucci-Anzug, kennst du noch diesen blauen Gucci-Anzug mit den roten, mit den roten, bunten? Diesen Classic-Gucci-Anzug. Das ist doch aus Michele-Zeit oder davor? Aus Michele-Alessandro-Zeit. Ja, klar kenne ich den. Kennst du den noch, Bro, diesen Zweiteiler? Klar, klar. Bro. Mit weißen Gucci-Modeln? Mit weißen Gucci-Modeln, Bro. Das ist, also ich würde den heute noch rocken. Ja, ja. Bro, wenn man richtig rocken kann. Ich würde reingehen in diesen Anzug, Bro. Oder, ne? Aber so, so ne Dinger waren das so, wo ich mir dachte so, boah, Fashion ist schon was Schönes. Und ich muss auch zugeben, ich hatte immer Freunde, die halt auch schon immer so, die interessiert es auch. Aber wie tief wollen die reingehen? Ist halt die Frage. Und dann habe ich mich angefangen auch so einzulesen. Habe mir das ein oder andere Buch geholt. Ob es ein Margella-Bund war. Geil. Ob es ein Fashionary war. Ob es irgendwas anderes war. Habe ich mich so eingelesen und habe vor allem auch auf diesem, boah, wie heißt der PDF-Channel oder so, ich habe mir Runway-Shows. Der PDF-Channel ist eine geile Sache, ja. Ich habe mir Runway-Shows gegeben, Bro. Von allen möglichen, Bro. Von Alexander McQueen bis zu, keine Ahnung, Vivian Westwood. Ja, ja. Habe mir alles da reingezogen, bis zu Sonja Riekel, Bro. So, Leute, wer ist Sonja Riekel, Bro? Weißt du, wie ich meine, Bro? Sehr bekannt für Strick-Mode übrigens, so übertrieben krasse Women-Designerin. Hat auch, glaube ich, bei Ding gearbeitet, bei, wer ist noch mal die Brand? Es gibt so eine Brand, die sehr bekannt ist, auch für Strick. Ja, ich weiß auch, ein bisschen kommerzieller auch. Ja, ja. Namen vergessen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß auf jeden Fall auch. Aber, nee, dann bin ich halt in dieses Thema reingerutscht. Aber, also da bin ich reingerutscht. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, wie ich in Instagram reingekommen bin. Ja, das stimmt. Du hast dich interessiert für Mode in dem Fall. Das war immer da. Aber du hast das nie kommerzialisiert. Ich konnte das auch nie ausleben. Ich hatte auch nie das Geld dafür, so. Ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Bei mir war dieses, früher war Klassenfahrt und bei mir war Krise so, okay, fuck, Klassenfahrt. Alle freuen sich und ich so, boah, kann meine... Meine Mom ist auch übrigens alleinerziehend, so. Ich habe mehrere Geschwister, also fünf Geschwister, so. Das ist krass. Ich habe es geschafft, die alle oft. Du bist der Sechste? Bro, ja, ja. Bist du der Jüngste? Ja, ja. Du bist der Jüngste von allem. Checkst du, Bro. Das ist krass. Verrückt. Ah, Zweite Jüngste, Zweite Jüngste. Zweite Jüngste. Aber checkst du das, Bro? Auf jeden Fall so. Und dann war Klassenfahrt und dann war bei mir nicht diese Freude, sondern dieses, ach, nee, ich muss wieder meine Mom fragen und so. Passt das überhaupt und so. Bro, das war so ein Struggle, der. Ja, ich bin auch schon früh wirklich arbeiten gegangen, Bro. Ich habe schon mit 15 dann Zeitungen, dann mit 16 Callcenter, dann immer irgendwie mein Cash verdient, damit ich mir ein bisschen diese Kleidung holen kann, damit ich sie wenigstens angemessen so aussehe für mich selber. Weil am Ende macht man das ja auch für sich selber, weil du liebst die Scheiße so. Bro, die Sache ist, wenn viele auch nicht agreeen, aber ich würde sagen, Kleiner hat sehr viel auch mit Selbstliebe zu tun. Auf jeden Fall. So, weil ich habe immer die Mentalität, Bro, wenn ich etwas möchte, egal wie teuer es ist, dann will ich das. Bro, wenn ich etwas möchte, wenn ich sage, das gefällt mir, das Peace, oder egal, ich werde das Geld aufkratzen irgendwo, irgendwann. Ja. Weil ich habe immer diese Einstellung, ich habe ein Leben, dieses eine Leben hat mir Gott geschenkt, ich bin in dieser Position, wo ich gerade bin, ich lebe in der Schweiz, mir geht es gut, ich bin gesund. Ja. Ich kann irgendwie das Geld auftreiben, Bro. Weil nächstes Leben bin ich vielleicht entweder ein Elefant oder ein Kind in den Slums. Fliege, Bruder. Fliege, Bruder. Boah. Irgendein Chayé, Bro, mit 63, 19 Jahre, jung. Alles möglich, alles möglich. Einfach mit, boah, verrückt. Aber okay, in dem Fall, und dann kam dieser Swift 2020. Genau. Instagram. Instagram. Also, du musst dir vorstellen, Social Media vorher hat mich gar nicht gejuckt. Snapchat, Instagram und so, weil ich habe das nicht genutzt. So, wenn, ich kann dir auch gleich mal meine Historie vom Posten zeigen, so, ich habe davor nicht gepostet, so. Ja. So, das hat mich gar nicht gejuckt. Auch so, meine Freunde haben eh mehr gesagt, so, ey, so, benutzen wir die App und so, ist geil und so. Ich so, Bro, was will ich damit? Ja, ja. Ich habe den Mehrwert nicht gesehen in dieser App, also gar nicht. Ich checke aber, ich checke diesen. Ich war einfach raus, Bruder, weißt du. Ich wäre auch dieser, wenn ich keinen Social Media machen würde, ich würde Instagram wahrscheinlich gar nicht benutzen. So, weil, Bro, ist zu toxic, Bruder. Bro, das klasse ist ja auch. Bro, das krasse ist ja auch, das war bei mir das langes Thema. Bro, ich fühlte mich auch einfach wie ein hässlicher Homie, wenn ich Bilder machte. Bro. Bro, wenn ich, also, wenn jemand von mir ein Bild machte. Fangen wir nicht davon an, Bro. Also, wenn jemand von mir ein Bild machte früher, ich dachte so, Bruder, löscht man bitte. Bro, 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 Joke. Ich muss wirklich sagen, eines der größten Blessings durch Social Media. Ich weiß, wie ich aussehe. Okay, das ist krass. Bei mir ist es anders so. Ich würde sagen, ich habe ein kleines Glow-Up gehabt, würde ich sagen. Ich war früher so auch relativ heavy, so ein bisschen pummeliger und habe das auch nicht so gefühlt, ähnlich wie bei dir. Aber weil ich auch model, Bro, habe ich eine ganz schwierige Selbstansicht, Bro. Also, ich finde mich jetzt nicht unbedingt krass oder so. Also, wirklich eigentlich gar nicht. Krass finde ich mich auch gar nicht. Aber auch nicht so, ich mag auch viele Fotos von mir nicht. Ich gucke mir die Fotos an und denke mir so, Junge, nee. Aber die Brands mögen es dann trotzdem nicht. Aber die Brands mögen es. Okay, warte, lass noch am Faden bleiben. Das ist verrückt. Ja, ja, stimmt, weil wir kommen gerade raus. Wir müssen wieder 2020. Ich habe angefangen zu posten, weil ich Instagram entdeckt habe für mich als Tool, weil langweilig ein großes Ding war während Corona. Vor allem, als es frisch war. Du konntest nicht viel machen. Ich habe eine Warzone gezockt, Bro. Ich hatte damals noch Freundin. Du hast eine Warzone gezockt? Bro, ich hatte damals noch Freundin. Ja. 2020 hattest du noch Freundin? Ja, ja. Das wissen die wenigstens, Bro. Bei mir war YouTube. YouTube fing an 2019 bei uns. Aber es fing so langsamer, weiß ich meine. Okay. So ruhiges Tempo, Bro. Schön, so Schritt für Schritt halt reinkommen. Ja, ich check. Und ich hatte noch Freundin. Und 2020 kam dann die Trennung. Und da kam der Maniak raus. Da kam der Teufel raus, Bro. Da habe ich diese... Kennen Sie diese Naruto-Szene, Bro? Da kam der Maniak raus. Bro, kennen Sie diese Naruto-Szene, wo der dritte Hokage diesen Teufel rauszieht, Bro. Ja, ja. Natürlich, Bro. Um Oshimaru zu verschwören, Bro. Natürlich, Bro. Da kam bei mir der Teufel raus. Ja, ja. Da kam der Teufel raus. Boah. Und da wurde Andy geboren. Da wurde Andy geboren. Okay, krass, Bro. Krass. Okay, 2020. Ja, das war ein wichtiges Jahr auf jeden Fall. Ja, nee, also auch für mich ein sehr wichtiges Jahr, weil einfach, ich bin rausgegangen und wegen der Langeweile habe ich mir gedacht, so ey, ich probiere jetzt mal jede Woche ein bis zwei Fotos zu posten. So ist ja auch überhaupt nicht viel. Ein bis zwei pro Woche. Das ist wirklich viel, aber heutzutageform ist gar nichts. Auf jeden Fall so. Also, ich habe ja dann auch schon Geld verdient, weil ich war ja selbstständig und ich habe auch, also für deutsche Verhältnisse, ich habe irgendwie so drei, fünf Nette oder so verdient und das war, für mich war das crazy, weil ich war ein Junge und Bro, ich kam aus dem Elternhaus, Bro, wir hatten kein Geld. Kein Geld. Weißt du, ich meine, ich war verrückt. Ich konnte mir Sachen kaufen. Aber immer noch dieses IT-Job, oder? Ja, ja, genau, Bro. Dann, Bro, ich habe mir so Issey Miyake-Hosen geholt. Ich erinnere mich an Issey. Ich habe mir so einen Balenciaga Triple S geholt, Bro. Ich war, Issey war ich tief, Bro. Issey ist auch sehr krass. Ich hatte sehr viel Issey, Bro. Und dann habe ich angefangen, einfach die Fitpics zu teilen und habe gemerkt, dass mir das mega Spaß macht, so. Was hat denn genau Spaß gemacht? Die Rezension dazu oder einfach diese Ästhetik aufzubauen? Das Feedback erstens. Einfach, du machst einen Fit so. Vor allem, das ist ja das Ding, Bro. Was ist eigentlich überhaupt dieses Fashion? Du ziehst dich an, weil du ein gewisses Gefühl hast an dem Tag? Und dann denkst du dir so, okay, heute ist der Vibe, heute gehe ich den Vibe rein. Ja, ja. Aber für wen machst du das eigentlich? So, für wen ist das eigentlich? Also, die Sache ist, ich sehe es so, wenn du einen Fit anziehst, dann zeigst du gewisse Emotionen dadurch. Zum Beispiel, wenn ich all black gehe, Bro, das zeigt, heute ist ein böser Mann. Ja, heute ist ein böser Mann. Okay. Wenn ich all black gehe raus mit dunkler Brille, böser Mann. Okay. Sprich mich nicht an, weißt du, mein Bro, diese harte Schritte. Mhm. Zum Beispiel heute, oder grüner Pullunder, Bro. Cozy Beanie. Ja, ja. Stark, Bro. Gute Laune, Bro, weißt du, ich meinst du. Ja, ja. Heute, ich habe aber Bock auf den heutigen Tag, Bro. Wir machen jetzt einen geilen Podcast für die Leute. Dann gehen wir wieder rauf in die Berge, Bro. Guck mal, guck mal. Ein, zwei Virgin Mojitos reinzippen. Das ist es nämlich, was ich sagen würde. Für mich ist es Self-Expression so. Und ich hatte kein Tool, um mich selbst auszudrücken. Ich habe Fußball gespielt. Das war nice. Das hat mir was gegeben. Aber künstlerisch konnte ich mich nicht ausdrücken. Auf dem Feld natürlich in gewisser Weise schon. Ich war ein trickreicher Spieler, technischer Spieler. Aber modisch ist so, weißt du, wie du gerade gesagt hast. Ja, das ist ein tiefer See, tiefer See. Genau, sehr tiefer See. Du kannst einfach viele Emotionen dadurch erwecken. Und vor allem aber auch Leute inspirieren, die eigentlich auch an Mode inspiriert sind oder an Mode interessiert sind. Und sich denken so, aber wo ist mein Eingangspunkt? Bro, was ich auch sehr krass finde bei diesem Modeaspekt, der Sammlerwert. Auch, auf jeden Fall. Wenn ich jemanden sehe, Bro, mit so einem alten Rick Owens Piece zum Beispiel, ich check direkt. Ich check direkt so, geil. Ja, safe. Weil Mode ist so schnelllebig. Und ein paar Pieces, so Bro, kein Homie kann sich eine ganze Rick Owens Kondition leisten. Nein, nein. Sagen wir mal eine ganze Balenciaga Kondition. Du musst dir meistens ein Piece aussuchen, wo du sagst, das ist Andy. Ja, Mann. Das ist Jaja. Ja. Und durch die Zeit, die dann vergeht, und man diese Zeit Revue passieren lässt, und dann sehe ich zum Beispiel an dir, dieses Balenciaga Piece, das ich auch kaufen wollte, aber nicht konnte. Ja, ja. Und sagst du, sehr krass. Aber dann weißt du, Bro. Dann weißt du, er hat auch diese Entscheidung. Er hat auch diese Entscheidung. Er hat auch diese Entscheidung. Auf jeden Fall. Und deswegen meine ich, Bro, für mich ist Mode halt klar, man kann sehr, sehr einfach runterschreiben, so ey, das ist Self-Expression. Man möchte auch irgendwo zeigen, wie es einem geht, was man hat. Aber bei mir, Bro, ich war als Kind immer begeistert durch so sammeln. Okay. Also ich meine so, ich war immer dieser Sammleraspekt. Ja, ich habe auch dadurch, muss ich sagen, sehr viel Geld verdient, weil wenn man sammelt, muss man sich auch auskennen. Man muss wissen, was ist selten, was weniger selten. Auf jeden Fall. Welche Kondition ist wichtig, und das gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten. Oder sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die man beachten muss. Und das fühle ich auch in der Mode, dieser Sammleraspekt. Auf jeden Fall, Bro. Auch, Bro, ich habe tolle Sneaker. Ja. Bro, ich habe nur schon, was ich für John Once noch rumliegen habe. Bro, diese Kollektion ist für mich. Ja, 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 war ja auch bei mir zu Hause. Der kennt so, der weiß, was ich da für einen Kleiderschrank habe. Das ist echt nicht normal. Ja, ja, also auch Heiler-Sachen nicht haben. Das ist kein Kleiderschrank, Bro. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall. Das ist ein ganze Kerl von einem, ein Museum, Bro. Museum auf jeden Fall. Ne, das ist wirklich, ist Wahnsinn. Aber Sammleraspekt finde ich auch sehr interessant. So, bei mir ist jetzt erst so mäßig dieses Sammlerding da, weil früher, wie gesagt, ich konnte mir die Sachen wirklich nicht holen. Aber ich bin jetzt halt gespannt dann so in zehn Jahren, wenn ich dann so zurückgucke. Oder jemand läuft rum und sagt so, ah, Bro, ist das nicht irgendwas von 2020 da? Naja, krass. Und dann ist auch, aber was sehr wichtig ist für mich auch noch, Mode ist sehr Spaß, also viel Spaß für mich. Das ist einfach Fun. Das ist einfach, Bro, so. Unheimlich viel Fun. Das ist geil, Bro. Bro, dieses Gefühl mit Paket nach Hause kommen, Bro. Bruder. Und du weißt, was drin ist, mäßig. Also wenn du Glück hast, weißt du, was drin ist. Und dann überlegst du, wird es mir fitten? Wie sind die Fabrics? Ja. Wie ist der Schnitt? Ja. All diese Fragen. Und danach, und dann das beste Gefühl, wenn es dir perfekt fitet, alles passt. Oh mein Gott, das ist krass. Wo das ganz kurz kommt. Oh mein Gott. Nerva Fabric, auch wichtige Sache, die du da sagst. Ich bin auch dieser, ich bin früher einfach in Stores gegangen und hab die Sachen angeschaut und hab die angefasst und hab geguckt, aus was für einer Stoffmischung ist das gemacht. Das ist auch alles verrückt. Aber Mode ist jetzt nicht unbedingt und vor allem so dieses Mode öffentlich online teilen. Ja, kennt man nicht. Ja, kennt man, kennt man, kennt man da nicht so. Und ich hab das gemacht und als die ersten Leute so und ich hatte nicht, ich hatte keine 5k Follower, ich hatte vielleicht 1.000 oder so. War aber schon hart. 1.000 ist schon mal Statement. So, und dann. Aber mit Follower für Follower oder mit organisch? Nicht mal das, bei mir alles organisch. Krass. Aber hab das dann gemacht, die ersten Leute haben mir DMs geschrieben, haben mich auf der Straße angesprochen und so und dann dachte ich mir so, okay krass, ich wusste nicht, dass das so eine Tragweite hat, sodass Leute das wirklich sehen und checken. So und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht und ich dachte mir, ey, ich will das mehr machen. Und Corona, mit Corona war auch kein Ende in Sicht. Und da war ich mir auch erstmal so, okay, ich mach das weiter. Und dann hab ich das weiter durchgezogen über das ganze Jahr. Aber hab erstmal nur so ein bis zwei Bilder pro Woche gepostet. Und dann irgendwann hieß es, okay, es kann weitergehen. Dann hab ich drei Bilder pro Woche gepostet. Was war das erste Bild? Viral ging? Bro, ich hab mir den Travis 1er geholt, bro. OG? Nein, nein, nicht den Air Force, bro. Ah, Jordan 1. Du hast den Travis Air Force? Ich hab alle, bro. Ich hab den Jordan 1, den braunen-weißen mit pinken-weißen. Ja, die gingen dumm wie er damals. Den, bro, den hab ich. Bro, ich hab mit dem so viel Geld, du checkst gar nicht, was ich damals mit dem Schuh, wie viel Geld ich verdient habe. Ja, ja, glaub ich dir. Bro, also ich kann ja... Du hast ja verrückt viele davon bekommen. Ja, bro, ich hab selber Retail von denen, glaub ich, zwischen acht und zwölf Stück bekommen. Danach hab ich noch investiert in die Scheiße. Bro, das waren wilde Zeiten, das waren wilde Zeiten, bro. Boah, das sind sehr viele, bro. Bro, ich hab mich durchgescannt, bro. Also ich hab da so einen Scam gemacht, Jungs. Illegale Geschichte, muss ich noch verlieren lassen. Weil ich hab, glaub ich, zwei oder drei Paar for free bekommen. For free, free. Du musst überlegen, ich hab wirklich, bro, andere Geschichte, die ich um... Ja, 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 auf jeden Fall den, bro, hab ich da gerockt. Und, ähm, hab ein Fitpick damit gemacht, so. Und ich hatte so, wie gesagt, ich hatte so tausend Follower oder so. Und das Bild hat einfach 5000 Likes oder so. Krass. Und da dachte ich mir so, hä? So, what the fuck? Und da sag ich, krass. Da merkst du aber auch so, dass oft Trendy Pieces einen gewissen Reiz haben, aber auch so eine gewisse Tragweite mit sich bringen, so. Und deswegen lassen sich aber viele Leute auch davon verlocken und tragen nur Trendy Pieces in ihren Bildern. Aber das hab ich da zum ersten Mal gemerkt und da dachte ich mir so, okay, das ist verrückt. Und dann kamen auch langsam so kleine Brands, die sagen, ey, willst du das for free haben? So, bro, du hast tausend Follower, bro. Wieses Jahr war das? War auch schon 2020, als ich angefangen hab, bro. Okay, recht schnell also. Du hast tausend Follower, so. Und so, die sagen so, ey, ich find deine Ästhetik nice, die Art und Weise, wie du Sachen in Szene setzt, Anziehsachen, bestimmte Pieces in Szene setzt, so. Deine Settings und so weiter. Einfach generell deine Ästhetik. Und die sagen so, ja, ich würd dir das for free senden. Und, bro, das klang für mich. Wie du kriegst was for free. Also, wie du, also Kleidung for free? Das ist verrückt, weil da dachte ich mir so, okay, das ist echt verrückt. Ich muss das weitermachen. Ich wusste ja noch nicht, dass man damit Geld verdienen kann. So, und dann hab ich das weitergemacht. Und es ging irgendwann weiter und weiter. Und es wurde immer regelmäßiger. Und dann hieß es aber wieder, okay, fang ich jetzt an zu studieren? Oder mach ich jetzt die Arbeit weiter? Weil im Office war ich und ich dachte mir so, boah, ich kann das nicht mehr. Mit den Menschen da ist nicht für mich. Ich pass hier nicht rein. Ich kann hier nicht leben. Das ist nicht mein Environment. Nicht mein Biotop. Und hab dann wirklich gesagt, okay, ich cancel das jetzt. Wie viele Follower hast du zu der Zeit? Wie viele Follower? Boah, vielleicht zwischen 1.000 und 3.000 vielleicht. Also wirklich nicht viel. Wirklich überhaupt nicht viel so. Und hab dann zu mir selber gesagt, okay, ich hör damit jetzt auf. Ich hab ein bisschen Geld gespart. Durch die ganze Arbeit da die zwei Jahre. Und hab das dann in ein Handtuch geworfen. Hab Content gemacht dann. Und hab mir gesagt, okay, das ist schön, das erfüllt mich. Aber das bringt mir noch nichts. Weil ich konnte das noch nicht monetarisieren. Ich war zu klein. Ich hatte noch kein Following. Aber ich hab das trotzdem immer weiter gemacht. Und dachte mir dann, okay, ich fang vielleicht wieder an zu studieren. Aber vielleicht was in Richtung Mode. Und dann hab ich Bekleidungstechnik, Konfektion, Studiengang gefunden in Berlin. Aber das ist auch ein verrückter Studiengang. Wie du den gewählt hast, weiß ich bis heute nicht, bro. Weil ich hab ja auch in meinem Studiengang zum Beispiel, ich hab ja auch Schnitttechnik auch viel drin. Schnitt, ja. Schnittkonstruktion. Ja, was auch spannend ist. Aber ist hart. Das ist schwer, ne? Ja, ja, schwer. Das ist richtig schwer, bro. Leute, check nicht, wie. Bro, Schnitt ist so schwer, bro. Das ist verrückt. Also Leute, ist no joke. Leute, also jetzt auch Zuhörer unter uns, die jetzt so denken, so, ja Mode, wäre was für mich zum Studieren. Mode ist nicht so diese PowerPoint machen mit so, das ist Trend, ja, Bruder. Also Schnitte selber machen, dann auch noch wissen, welche Materialien man wann verwenden kann. Ja, ja, welches überhaupt funktioniert. Weil du kannst zum Beispiel, du kannst nicht immer, Leder kannst nicht immer benutzen. Ja. Du kannst nicht immer Dienstoff benutzen. Ja, das ist wichtig, ja. Zum Beispiel Baumwolle geht fast immer, aber andere Stoffe? Ja, jeder Stoff hat seine eigenen Stoffeigenschaften. Und wenn du dann da bist und dir, guck mal, wir reden das Gleiche. Ja, aber wenn du da bist und du hast eine Vorstellung von einem Piece und du malst dir das aus, dann hast du oft noch einen Bekleidungstechniker, weil ein Designer alleine kriegt das niemals hin. Weil der hat eher so die Idee davon und stellt sich das so und so vor, ist er der Creative Director. Und der Konstruktions-, der Schnitt-, der Mustermacher, der ist eigentlich das Brain dahinter, weil er weiß, können wir deine Idee überhaupt umsetzen. Du willst ein Hemd aus dem Stoff machen, das funktioniert gar nicht. No joke, viele verstehen wirklich nicht, also ich habe in meinem Studiengang als Modedesigner einfach gelernt, dass die Mode so komplex ist. Man sieht wirklich, Mode ist einer der Orte, wo man einfach sagen kann, man sieht nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man sieht, wie ein Ferrell Williams aus dem Runway rausläuft von LV, allen die Hand schickt und kuskus macht. Klar, er hat seinen Anteil gemacht, aber Bro, der hat maximal ein, zwei Prozent gemacht von der Arbeit. Maximal, Bro, aufgerundet, hoch aufgerundet. Der Rest, das waren Schnitttechniker, das waren irgendwelche Azubis, die er an der Nähmaschine Sanktis gemacht hat. Bei der ersten Show hast du ja gesehen, dass er das ganze Team mitgelaufen hat. So, wie viele Leute waren es? Das waren unglaublich viele Mannschaft oder Champions League Mannschaft. Das ist wirklich verrückt. Und deswegen meine ich so, oft im Leid haben viele diese Illusion oder ist auch normal, muss ich auch sagen, dass wenn man Modedesign studiert, dass man auf einmal alles kann oder vergiss. Absolut nicht. Absolut nicht. Und wenn du Schnittkonstruktion und Konfektion studierst, danach kannst du alles. Dann kannst du eigentlich schon... Also du kannst zum Beispiel, dann kannst du vielleicht keine Graphic-T-Shirts machen. Mhm. Du kannst also vielleicht nicht diese Adobe Illustrator auf durchgespielt. Lernst du sogar auch. Ja, aber nicht so intensiv. Ja, nicht so intensiv. Wir hatten auch Kurse zu dem, aber ist es nicht so... Ja, ja, nicht auf diesen Next Level. Ja, ja, das stimmt. Nicht vergleichbar. Absolut, absolut. Da bist du schwierig haben auf jeden Fall. Das ist aber verrückt, Bro, das ist das so... Nee, auf jeden Fall das. Dann habe ich den Studiengang gefunden und habe aber gesehen, okay, das ist in Berlin. Und das fängt immer zum Wintersemester an. Also nicht September, sondern später, November? Ja, ich glaube Oktober. Okay. Genau. Und dann war ich so, okay, fuck, ich muss ja jetzt noch irgendwie Zeit überbrücken. Dann habe ich weiter meine... Welche Jahre war das? 22? Ah. Ich muss mich kurz schauen, so. Damit ich keine Scheiße erzähle. Ja. Lass mich ganz kurz nachschauen. Boah, wann war das? So, zack. Hier einmal zurück. Das ist nach Berlin alles. Das ist nach Berlin. Das ist 21 gerade alles. Das ist 21, okay. Das ist 21. Dann wolltest du 2021, wolltest du in Berlin studieren gehen. Genau, richtig. Schnitttechnik, Konfektion. Aber wie heißt es nochmal genau? Bekleidungstechnik, Konfektion. Ja. Und das umfasst halt alles. So, dann habe ich das herausgefunden. Dann musste ich aber Zeit überbrücken. Ja. Weil welchen Monat warst du dann, als du dich entschieden hast? Boah, ich war so Anfang des Jahres. Oh, okay. Februar, März. Aber bis Jahr, das war so um den Dreh war das. Ja, ja, genau. So Februar, März. Und dann bin ich mit einem Kollegen nach Dubai gegangen. Du, Bats. Ja, ja. Also Bats, ja, ja. Weil, Bro, man hatte Identitätskrise, Bro. Ich war diese zwei, drei Monate in Dubai, Bro. Checkst du das? Ja, ja. Krass. Zwei, drei Monate einfach. Krass, Bro. Weil ich einfach da, vor allem ich bin spontan da hingegangen. Mit dem Homie, mit dem Mathematiker. Mit Jeremy, Bro. Mit Jeremy, dieser halbschwarze. Mein bester Freund, Bro. Ah, okay, okay. Und dann meint der, weil er war schon da und er war so, Bro, ist Corona und so, alles macht keinen Sinn und dies und das, Bro. Und wie gesagt, ich hatte halt Geld gespart von Dings und bin dann einfach dahin und mir hat es so gut gefallen, dass ich, ich wollte eigentlich nur eine Woche gehen. In Dubi Mubi. Oder zwei und ich bin einfach fast drei Monate da geblieben. Krass. Bin dann braun gebrannt zurückgekommen. Ja, ja. Hatte nicht mehr allzu viel Zeit zu überbrücken bis zum Studiengang und musste dann eine Wohnung in Berlin suchen. Was hast du in Dubai gemacht? Bro, einfach gelebt. Ich habe da tatsächlich auch Modeljobs und so bekommen. Hab da, hab da, wurde da angesprochen voll oft und so weiter. So, ja, hast du, boah, ich habe eine Brand und so. Dubai ist ein verrückter Ort. So, jeder, der da ist, ist ein potenzieller Kunde oder irgendwie kann dir einen Job bieten oder sowas. Krass. Das ist verrückt. So, ich laufe da rum, ich bin am Beach, wo einer kommt, so, ja, ich muss spontan morgen für meine Brand was shooten, würde in der Wüste sein und so weiter. So, lass mal shooten, ich gebe dir das dann auf die Hand, das Geld einfach. Ja. Dann kriegst du deine tausend Dollar oder sowas einfach. Ja. Und, ja, das ist da vier, fünf Mal passiert, Bruder, dass ich da auch einfach dann Shootings hatte in der Wüste oder so. War super, super. Aber du warst davor noch kein Model? Nicht wirklich, das sind so meine ersten Modeljobs auch. Also, in Dubi. Ich habe davor, ich habe davor, glaube ich, ein oder zwei Mal mit Patrick Spector geshootet. Ja, für alle. Shoutout auch Patrick Spector an der Stelle. Äh, Mode-Polizei, ne? Ja, ja. Die alte Mode-Polizei. Ja, ja, ja. Ja, ja, safe. Weil bei mir sind eine M aus, als wäre ich eine Presswurst. Ja, ja. Weil ich einfach diese Schwimmerrücken habe. Also, Körper passt auf jeden Fall. Und vor allem funktioniere ich vor der Kamera so. Ich weiß, in welchem Winkel ich arbeiten kann, dass es nicht scheiße aussieht. So, und, ähm. Nicht scheiße aussieht. Ja, ja, absolut. Das ist super wichtig, super wichtig, ähm, dass man das weiß. Weil es gibt voll viele Leute, die sind super schön, eigentlich könnten die modeln, aber die können, funktionieren vor einer Kamera nicht. So, die checken das einfach nicht. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Und wie gesagt, Patrick Spector waren so die ersten zwei Modeljobs. Und da dachte ich, da war ich aber auch noch ganz anders. So ein ganz anderer Typ, so. Da hätte ich auch nicht gesagt, dass ich irgendwie ein Model oder wie ein Model aussehe. Aber ich habe halt in die Anziehsachen gepasst. Und das war, glaube ich, einfach nur wichtig an der Stelle. Und, ähm, ja, habe dann in Dubai gelebt, habe da gemodelt, habe da meinen Spaß gehabt, Bro. Habe da einfach diese 35 Grad jeden Tag gespürt, bin cool gegangen, Bro. Ich habe noch Videos, Bro. Ich zeige dir gleich mal ein paar Videos, verrückte Videos auch, Bro. Schöne, Bro, schöne Zeit. Mit meinem besten Freund, Bruder. Wir hatten ein Jacuzi-Zimmer, Bruder, Poolzimmer. Im vierzigsten Stock, Bruder, habe einfach gelebt. Krass. Habe einfach gelebt, Bruder, da einfach gelebt. War es teuer damals oder noch nicht so? Boah, war noch nicht so teuer, Bro. War noch nicht so teuer und vor allem, ähm, wie gesagt, haben wir auch immer so, wir haben immer Jobs gehabt da. Und haben halt irgendwie auch immer noch Geld dazu verdient. Und er hat auch teilweise gemodelt, Bro, auch teilweise so in Hotels und irgendwelche Jobs gemacht, siehst du das? Obwohl wir auch gleichzeitig in dem Hotel gelebt haben. Stark. Bro, war verrückt. Wir haben auch Freunde kennengelernt dann da, die ich bis heute, so, wenn ich nach Dubai gehe, Bro, ich bin safe, Bruder. Ich muss nichts machen, Bro. Lass mal einen Dubai-Trip zusammen machen. Ich halte zwar wenig von Dubai, muss ich sagen. Ja, ich verstehe das so moralisch und so weiter. Check ich voll. Aber ich wusste das, deswegen war ich auch so, ich war so, wenn ich nach Dubai gehe eine Woche, so, ich schaue mir das höchste Gebäude der Welt an. Und dann war ich da und habe gecheckt, Bro, Dubai is crazy. Okay, dann lass mal das auf jeden Fall anstreben. Dubai is crazy, Bro. So, auf jeden Fall ein nicer Ort. Bin dann zurückgekommen nach Deutschland, habe nach einer Wohnung gesucht in Berlin, habe irgendwie spontan eine gefunden, habe natürlich davor die Bestätigung bekommen, dass ich angenommen worden bin zum Studium. Hatte auch nur 35 Plätze, deswegen auf jeden Fall nice, gutes Erfolgserlebnis gewesen und dachte ich mir, okay, neuer Lebensabschnitt. Dann bin ich einfach nach Berlin rübergezogen. 2021. 2021, Oktober. Bin ich rübergezogen, bin ins Studium gegangen, habe ganz normal in einer WG gelebt und habe dann dieses Social Media Ding auch immer noch nebenbei so gemacht und habe aber nie regelmäßig gepostet. Immer so ein, zwei Mal pro Woche. Ja, ja. So ganz, ganz. Auch entspannt. Ganz entspannt. Auch es macht mir Spaß. Mein Follower-Account zu der Zeit war vielleicht 5000. Follower. So, 5000 war es vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger sogar noch. Lass mich nicht lügen. Und dann habe ich erstes Semester studiert, alle Klausuren geschrieben, auch alles bestanden, zweites Semester studiert. Aber jedes Mal, als ich in diese Uni gegangen bin und da saß, dachte ich mir so, Junge, was machst du hier? Du kannst es nicht für dich, das ist nicht, das ist nicht, dafür bist du nicht bestimmt. Ja, und wie hast du das herausgefunden? Und drittes Semester fängt an. Drittes Semester ist schon 2023. 22. 22, ja. Drittes Semester fängt an. Ich denke mir so, boah, nee. Ich sehe das alles nicht. Ich fühle das nicht. Ich sage so, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich cancel alles, weil es war Klausurenphase und Klausurenphase immer hart, bro. Ja, 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 kenne dich, kenne dich, bruder. Diese drei, vier Wochen immer reingehen. Musstest du auch immer Dinge, nee, also diese Projekte. Nee, Prüfungen, alles, bro. Dieses, bro. Und davor die zwei Semester gemacht und immer mit Ach und Krach habe ich gestanden. Und auch immer so, immer ein Lebensjahr verkürzt, weil, Bruder, zu viel Stress. Fühl dich sehr, ja. Und dann war ich da und dann dachte ich mir so, okay, crazy, ich schreibe diese Klausuren jetzt nicht in diesem dritten Semester. Ich konzentriere mich jetzt zwei Monate. Warte, welches Jahr war das? Sag mir Zeit. 22, bro. 22 und welche Monate? Boah, 22. 22, Anfang, warte. Anfang Jahr wahrscheinlich. Anfang des Jahres wieder. Anfang des Jahres wieder so Januar, Februar ist, glaube ich, die Klausurenphase gewesen. Und dann war ich wieder so, okay, ich cancel das jetzt komplett. Ich konzentriere mich jetzt ein, zwei, vielleicht drei Monate komplett darauf und nehme Social Media so ernst, als wäre das mein Job. Als würde mein Leben davon abhängen. So, ich muss Geld damit verdienen. Also jeden Tag reingripen. Habe jeden Tag reingepostet und habe in den drei Monaten von 5000 Followern, Bro, bin ich auf 35.000 Follower irgendwie hochgekommen. Das ist krass. Und dann... Aber wie, durch welche Postings? Was waren die Posts, die da damals so Follower reingebracht haben? Was war das? Da gab es auch immer nur... Also ich habe auch lange keine Reels gemacht, Bro. Und dann habe ich angefangen Reels zu machen, jeden Tag Reels gemacht und gepostet auch. Also Feedposts und Reels rausgeballert, beides. Dann habe ich durch Reels und Feedposts beides immer viral gegangen und habe dann super viele, beziehungsweise 35.000 Follower da halt gemacht. Das ist sehr viel. Und dann war ich halt... Für drei Monate ist das krass. Das ist verrückt. Und dann war ich halt in der Position, dass einfach auch schon direkt Agenturen, drei Stück, auf mich zugekommen sind. Welche? Einmal Visionary Services, dann einmal 03600 Works, dann Eleven Agency und sogar noch eine aus... Also vier Agenturen, noch eine aus London. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Und habe mir dann... Habe mit allen vier Agenturen zweimal persönliche Meetings, weil die beiden aus Berlin waren. Und zweimal Calls gehabt, weil die eine war aus Frankreich und die andere aus Frankreich oder Belgien und die andere aus London. Habe Calls gehabt, habe mir wirklich angehört. Okay, was redet ihr, was bietet ihr, könnt ihr mir einen Mehrwert geben und so weiter und so fort. Hatte gute Gespräche mit allen, aber habe dann mit 03600 Works dieses persönliche Meeting gehabt, wo ich mir dann gesagt habe, so... Ich habe denen auch immer gesagt, ey, ich will davon leben, so ich will das machen. Und die haben mir das beste Gefühl gegeben, im Sinne von, ey, so versprechen können wir dir nichts, weil... Ist ein hartes Business. Ist ein hartes Business, you never know. Aber wenn du so weitermachst, wie du jetzt gerade Vollgas gibst, wie das jetzt gerade passt, dann wirst du dich erstens noch weiterentwickeln, noch mehr deine eigene Schiene finden. Und wir bringen sehr gute Kontakte mit, also Jobs, auch Modeljobs auch noch dazu übrigens. Also das war auch... Davor warst du noch nicht so richtig Model-Model, das war so Part-Time. Auch 2020 auch noch nicht diesen Model-Model, würde ich auch nicht behaupten. Also ich war zwar viel in diesen Streetwear-Shootings drin, aber es ist nicht so... Ich hätte mich nicht selber als Model bezeichnet. Und dann kamen die auf uns zu und ich habe gesagt, okay, ich vertraue in euch, in eure Vision und die haben auch neu gegründet. Also die gab es noch gar nicht, die haben. Das war eine ganz neue... Ganz neu. Und es sind drei Gründer, also drei Leute, die managen. Und ich habe mit denen gesprochen, Bro, und ich habe einfach dieses gute Gefühl gehabt. Bauchgefühl. Bro, Bauchgefühl hat gesagt, du musst mit denen reingehen. Das ist, ich muss wirklich sagen, Freunde, jetzt wenn ich kurz einhaken darf, das Bauchgefühl ist egal, ob im Liebesleben, ob im Businessleben oder allgemein. Wenn du das ganze Leben als was Großes betrachtest, Bauchgefühl, das A und O, das Wichtigste. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil es ist nicht einfach was Erfundenes. Es ist etwas, wo du bekommst zum einen geerbt, aber zum anderen ist es dann auch ein Überlebensinstinkt. Weil wir Menschen, wir sind noch nicht so lange in diesem System, wo alles funktioniert. Nee, du gehst einfach einkaufen, das Ganze. Wir leben jetzt in einer Welt, die halt sehr luxuriös ist für uns Menschen. Vor allem, wenn man es nicht leisten kann. Aber das Bauchgefühl ist etwas, ich kann dir garantieren, mein Erfolg ist auch zu über 50% nur Bauchgefühl gewesen. Die meisten Videos, zum Beispiel, also viele Videos, die bei uns viral gingen oder die uns weitergebracht haben, das waren oft, wo mir Leute sagten, nee, mach nicht, Bruder. Ja, ja, verstehst du, Bruder. Mach lieber nicht, es lohnt sich nicht, zu viele Risiko und sowas. Aber ich habe gesagt, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und sogar oft muss ich auch meinen Partner und Freunden lassen, auch zum Beispiel Klöte, der war oft so, Bruder, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich vertraue dir. Aber das Gefühl habe ich auch bei Klöte immer so, der vertraut dir sehr. Ja, 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 aber deswegen meine ich auch, wenn ich Klöte immer dankbar sein und auch immer auf ihn schauen, weil er war der Typ damals, der bei vielen Dingen, die bei mir so kritisch waren, gesagt hat, Bruder, bleib dir ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, aber wenn du daran glaubst, wenn du sagst, ist es richtig, mach. Okay, mach. Und deswegen schau dir dann Klöte an der Stelle, weiß ich nicht mehr zu schätzen. Schau dir auch Klöte, Bro. Das ist sehr wichtig. Bauchgefühl, reingegangen, Bro, und dann. Und ebenso dann bis zu 2022 war der Punkt, wo du dich zum ersten Mal für ein Management entschieden hast. Genau, richtig. Und wie wichtig war dieser Move oder was hat das alles verändert? A und O, ich habe mein ganzes Leben verändert, Bro. Auf einmal hatte ich Zusammenarbeiten mit Brands, Bro, mit denen ich einfach schon immer zusammenarbeiten wollte. Zum Beispiel? Du bist nach vorne. Es ist von Adidas, Bro, bis zu Kost, bis zu Luxury Brands wie Dior, bis zu Vogue, Bro, bis zu GQ. Das ist verrückt. Das ist einfach nur, also ich, das ist wirklich verrückt. Natürlich ist es nicht jetzt auch gleich passiert, sondern wir haben, ich bin dann ins Management reingegangen, ich habe weiter meinen Content gemacht und dann hieß es auch schon so, wirklich nach einer Woche, okay, wir haben direkt einen Job für dich, e-Spec. Cool. Und dann habe ich e-Spec gemacht, Bro, ich habe auch noch das Bild, Bro. Lass mich kurz rauspulten. Sag mir später, sag mir die Sekunde gerade. Ja, okay, Bro. Habe ich e-Spec rausgeholt, Bro, und habe das dann gemacht und habe damit zum ersten Mal so 1000 Euro verdient einfach. So, weißt du? Also für ein Bild oder für eine Story, wie war das? Für einen Feedpost und Storys musste ich machen. 1000 Euro clean. 1000 Euro verdient. So, und dann dachte ich mir so, boah, das ist verrückt. So, wenn ich das scalen kann und weiter auf diesem Niveau halte, so, dann kann ich mich, dann kann ich mich von diesem, ich gehe zu meinem Studium komplett lösen. Ja, ja. So, dann mache ich meine Social Media Sache so. I don't care, dann gehe ich in dieses Risiko. Ich bin auch ein Risikomensch, muss man auch dazu wissen. Ich bin gar nicht dieser, ich verstehe das voll, wenn man Sicherheit haben will, aber ich denke mir am Ende des Tages, auch wenn irgendwas fällt, was ich aber nicht denke, weil bevor das fällt, ich gebe alles, bevor das fällt. Und wenn es fällt, kannst du sagen, ich habe alles gegeben und Gott wolle es einfach nicht. So, und dann kann ich immer noch, Bro, gehe ich einfach meinen Snipes nehmen und dann rede ich mit niemandem mehr. Gehe Snipes arbeiten, Bro. Rede mit niemandem. Geil. Esst jeden Tag Döner, so. Auf jeden Fall so. Und wie gesagt, da kam der erste Job, Bro, und dann habe ich realisiert, Bro, du kannst damit Geld verdienen. Das ist verrückt. Nicht jeder kann damit Geld verdienen. Es ist wichtig, was für ein Profil du hast, was für Werte du nach außen ausstrahlst. Für manche Brands heutzutage, heutzutage ist es nicht mehr so wichtig, wie krass deine Zahlen auch sind. Das ist auch bei mir zum Beispiel der Fall, weil ich habe nicht die krassesten Zahlen, aber ich habe eine Kredibilität und wenn ich eine Brand trage, dann heißt das, okay, der Typ hat Ahnung davon. Und wenn der drin ist, dann ist das gut. Das ist einfach perfekt für unser Brandbuilding, weil der ist einfach cool. Und das ist bei mir oft der Fall, deswegen arbeiten viele Brands mit mir zusammen. Und viele Brands, die mit mir zusammenarbeiten, haben es auch nicht nötig, ihre Zahlen zu verbessern. Oder sowas wie GQ, Bro, GQ hat einfach schon den Status klar. Wenn du mit denen zusammenarbeitest, dann arbeitest du mit denen zusammen, weil du auch ein Fashion Guy bist. Safe. Weil die checken, okay, dass du bist jemand, der kennt sich aus in dem Ding. Du wirst niemals irgendeinen Streetwear-Influencer mit GQ zusammenarbeiten sehen. Der kann 500.000 Follower haben, 60.000 Likes auf jedem Bild, aber der wird nicht mit dem zusammenarbeiten, weil das ist einfach was anderes. Und das habe ich einfach, das schätze ich auch so sehr an meinem Management. Die haben immer gesagt, halt deine Linie so bei, wie die ist, halt deine Identity, weil du hast so einen speziellen Kleidungsstil. Du kannst alles tragen, aber wenn du was trägst, dann weiß man oft so, das ist ein Ja-Ja-Fit. Das passt irgendwie zu dir. Das kenne ich aber auch bei mir. Das ist bei mir auch so. Ja, 100 Prozent ist bei dir und so. Diese Andy Fizz kennt man, ja. 100 Prozent. Du hast auch ganz klar deine eigene Fashion-Sprache, so weißt du, wie du dich da ausdrückst. Das sieht man auch. Und habe das dann weitergemacht, bis Ende des Jahres mein Profil auf 50k Follower hoch. Also Ende 2022 warst du bei 50.000. Ende 2020 warst du bei 50.000 Followern. Das ist viel. Das ist viel, muss man an der Stelle sagen. Das ist viel. Damit kann man arbeiten. Also ich konnte davon dann schon leben. Also gut leben. Ja. So ich musste mir dann... Wie viel Geld hast du so in Average? Die Sache ist ja auch so sehr, es variiert ja sehr bei Influencern. Wie viel Geld verdienst du als Influencer? Ja. In dem Fall, du warst noch Model und Influencer. Ja. Wie viel Geld hast du Average pro Monat verdient, wenn man das so runterdreht? Ich würde sagen Average... Also 2022 am Anfang? Ja, ja, klar. 2022. Ich würde sagen Average so 3.000 Euro netto. Aber nach Abzug von Steuern und so. In Berlin, muss man sagen. In Berlin. Das ist sowas anderes. Und reingekommen, Bro. Also das war schon super gut für mich. Aber ich hatte schon Jobs. Einzelne Jobs. Da habe ich auch schon über 10.000 Euro bekommen, Bro. Aber erst später, logischerweise. Erst später, Bro. Viel später. Das ist ja vor kurzem auch erst gewesen. Okay, dann machen wir es so. Wir sind jetzt 2022. 2022 ist fertig. Dann geht es nächstes Jahr 2023. Da warst du in dem Fall schon stable. Also du hast schon Management gehabt. Du hast Uni abgebrochen. Ja. Und dein Ziel war es, mit Social Media und Modeling durchzustarten. Genau. Was war 2023 für dich? 2023 war für mich so okay. Ich merke, das klappt. Ich muss jetzt noch ein größeres Fundament aufbauen. Ich muss noch weiter wachsen. Und vor allem wollte ich halt auch mehr in diese Modelschiene rein. Ja. Wieso? Weil mir gefällt das. Ich liebe das, vor einer Kamera zu stehen, mich zu inszenieren. Bro. Ich liebe das. Weil Social Media bringt euch mehr Geld rein als Modeling. 100 Prozent. Kommt natürlich darauf an, wenn du eine Kampagne shootest. Ich hatte jetzt eine Kampagne mit Weekday. Ja. Vor drei Wochen in Schweden, Bro. Da verdienst du auch so viel, wie du bei einer großen Social Media Anfrage verdienen kannst. Weil Kampagne heißt immer, ist es europaweit oder ist es worldwide und dann ist es Buyouts. Weil die strahlen das ja aus. Du kennst es, dann ist es irgendwo in einem Store, an der Front und dein Gesicht ist ja da. Und wenn das überall ausgehängt wird, dann müssen die dich dafür bezahlen. Ja. Weil dein Gesicht ist ja sozusagen dann die Währung auch. Genau. Und wenn du am Flughafen bist, irgendwo in New York oder was auch immer. Du, das Buyouts ist verrückt. Das ist ja, Tagesgage kannst du, also ich, meine Tagesgage ist so 1000, zwischen 800 und 1200 Euro. Ja. Wenn es normal ist, wenn ein Freund eine Brand hat oder so, dann mache ich es auch noch einfach günstiger. Ja, klar. Ganz entspannt. Aber das ist so die Tagesgage. Aber dann, wegen Buyouts und anderen Sachen, kommen dann nochmal so viele 1000 Euro drauf. Sehr oft, das ist verrückt. Okay, in dem Fall 2023, was war so dein Verlauf in diesem Jahr? Mein Verlauf 2023 ist, ich habe erstmal sehr viel mehr gemodelt, weil meine Agentur auch dann gesagt hat, okay, dann probieren wir dich mehr in Modeljobs reinzuschiften. Dann ist so Zalando, HHV, Orimono in Berlin und das sind alles so Stores. Die haben auch einen Online-Store und dann war ich super viel in so Studio und habe immer Shopfotos gemacht. Ja. Shopfotos ist das Einfachste, was es gibt. Also du hast halt die Pieces. Ja, ziehst die an und ziehst die an, wo zack, zack, machst deine fünf Winkel und dann wechselt. Neues Outfit. Ja. Habe das super, super viel gemacht. Tatsächlich war verrückt. Das ist für mich auch eigentlich nice, weil es ist, für mich hat es sich nicht schlimm angefühlt. So mittlerweile ist es ein anderes Gefühl, wenn es heißt so, weil es ist sehr anstrengend. Erschöpfen, ja, ja. Es ist sehr anstrengend. Man unterschätzt, aber es ist sehr anstrengend. Aber für mich war es trotzdem geil, weil wenn ich mit Orimono arbeite, Bro, die haben den neuesten Shit von Rick, von Boris, die haben Guidis, Bro, die haben alles. Und ich kann mir das dann auch alles anschauen und ich kann alles anziehen und ich kann gucken, wie das aussieht, Bro. Ich rede mit dem Fotograf und mit dem Chef darüber, über die Pieces und so und ja und dies und das und das ist geil und was ist das für ein Leder. Und boah, die Jacke kommt verrückt. Das ist crazy. Auch viele neue Brands kennengelernt dadurch. So Julius, Iso Poetism, Bro. Viele, viele Brands neu kennengelernt. Julius, coole Brands. Julius, verrückt. Japanische Brand, verrückte Brand. So eine Techno-Brand fast. Aber halt auf High Fashion, wirklich verrückt. Auf krassen Materialien. Ja, wirklich, wirklich starkes Ding. Und deswegen hat mir das mega Spaß gemacht und das waren so dann die ersten zwei, drei Monate im Jahr, wo ich wirklich viel gemodelt habe und viel in Studios war. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist auch sehr anstrengend. Hab natürlich weiterhin Social Media gemacht und hab auch weiterhin gepostet regelmäßig und bin auch weiterhin gewachsen. Bin weiterhin gewachsen und hab weiterhin Jobs reinbekommen. Und das war dann irgendwann so mäßig die Routine. Ich habe einmal in der Woche vielleicht einen Shoot und vielleicht habe ich einmal in der Woche eine Anfrage, die reinkommt, also eine Jobanfrage, also Social Media. Aber Montag bis Sonntag, ich mache Content. So, ich bin aufgestanden, ich bin zum Sport gegangen, habe Content gemacht, habe abends geschnitten, bin schlafen gegangen und das war dann wirklich Routine für mich. Ja. Und ich habe Kollegen gefragt, weil in Berlin, musst du auch vorstellen, gibt es viele Influencer. Ja, ja. Sehr, sehr viele. Ey, wie sieht es aus, wenn wir heute shooten? Was auch natürlich, das ist verrückt, du, das ist natürlich sehr traumhaft. Das ist, nicht jeder kann sagen, dass er erstens ausschlafen kann. Eigentlich immer, eigentlich kann ich immer ausschlafen, wenn ich möchte, aber ich mache es oft nicht, weil ich andere Stuff zu tun habe. Mach mal so selber jemanden Druck. Auf jeden Fall, du kannst ausschlafen, du kannst Content machen, wann du willst eigentlich und wie du willst. Du kannst wirklich das, was du im Kopf hast, umsetzen und dann postest du es. Es ist ja nicht unbedingt, also, was halt das Ding ist, du kriegst halt kein Geld für deinen eigenen Content. Safe. Am Ende des Tages sind es... Aber du investierst long term. Genau. Weil, das vergessen viele Leute, wenn du Influencer werden willst oder sagen wir Model, du musst Social Media aufbauen, weil Social Media ist, das ist dein Portfolio zum einen und zum anderen, du investierst long term. Ich investiere gerade. Weil je größer deine Reichweite wird, deine Reach oder auch je besser du wirst in Bilder machen, in Vibes catchen, Vibes teilen, desto mehr Wert hast du als Person, als Stück Fleisch für die Brands. Das ist der große Unterschied. Und deswegen, es ist sehr wichtig, zum Beispiel eben, ich poste auch sehr viel, ich habe auch Spaß. Ich bin immer, ich habe Spaß am Posten. Ich fühle, ich habe gerne, ich teile gerne Vibes, ich habe einfach Spaß dran, Bro. Merkt man, Bro, immer 100 Storys hat der. Aber coole Storys, Bro. Nicht so diese coolen Storys. Mit Auge, weißt du? Ja, ja, immer mit Auge. Und das ist auch das Ding, so über diese Zeit dann, wo ich dann das professionell gemacht habe und wirklich dann viel Content jeden Tag gepostet habe, habe ich so gemerkt, so erstens, manche Sachen fallen mir einfacher zu capturen, aber ich habe auch ein ganz anderes Auge. So, wenn du jetzt gerade hier vor mir liegst, wo ich könnte jetzt hier ein frisches Bild von dir machen, weil einfach ich würde Enkel so und dann wüsste ich einfach, okay, das könnte man jetzt trotzdem, auch wenn wir einfach in einem normalen, stinknormalen Hotelzimmer gerade sind, könnte sehr fresh kommen. Wie gestern, als wir beim Festival waren, mit diesen zwei Becher. So. Freshe Bilder, Bro. So, verrückte Bilder. Das Ding ist, man entwickelt ein Auge und man merkt es auf einmal, man hat eine ganz andere Qualität an Stuff, weil sehr viele Freunde kommen auch auf mich zu und fragen nach Tipps, generell viele Leute. Und es ist oft am Ende des Tages einfach Training. Ja, nur Training. Es ist Training. Du trainierst dein Auge, du trainierst deine Kameraskills. Das ist alles, ja. Ich muss auch sagen, an der Stelle zum Beispiel, viele Leute finden zum Beispiel Shindy, hat ein sehr gutes Auge für Esthetik. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Stimmt auch, Shindy hat ein sehr gutes Auge für Esthetik. Und viele fragen, auch mich zum Beispiel, Bro, wie bekommst du immer diese coolen Looks her, auch beim Style, weil ich habe einen Style, ich mische ja sehr, sehr oft so verschiedene Brands, verschiedene Esthetiken, aber auch dann Farben, also ich kriege einen eigenen Look. Farben auch krass bei dir. Ja, vor allem für den White Guy, vor allem für den White Guy, muss man sagen. Das ist verrückt, ja, Farben verrückt bei dir. Und da muss ich sagen, es kommt wirklich nur mit Erfahrung. Du musst, nicht jeder fit wie crazy kommen, aber die Ausstrahlung, die macht es aus. Richtig. Und die Erfahrung mit der Zeit, wenn du ein Auge für Esthetik aufbauen willst, dann musst du erstmal verstehen, was ist Esthetik, weil alles kann esthetisch sein, alles. Du definierst selber durch dein Auge, durch dein Gefühl, was Esthetik dann sein wird in deinem Produkt. Und das ist das Problem, was viele Leute haben, die machen nicht. Die wollen, aber die machen nicht. Die trainieren nicht. Die wollen Sixpack, aber gehen nicht ins Gym. Die wollen viel Geld haben, aber möchte nicht arbeiten. Das ist das Problem. Aber auch mit diesem Hintergedanken, es kann dauern. Ja, es muss sogar auch dauern. Es muss dauern, damit es organisch und nachhaltig ist, eigentlich sogar. Das ist noch besser. Aber ja, wie gesagt, es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Ich bin auch gar nie da reingegangen und dachte mir so, ey, von heute auf morgen wird das jetzt. Auch wenn ich jetzt anfange YouTube, Bro. Ich denke mir nicht, dass das in einem Jahr. Das soll in vier, fünf, sechs Jahren. Soll das krass sein. Hoffentlich früher. Aber soll das krass sein. Dann bin ich trotzdem happy, Bro. Weißt du, wie ich meine? Aber trotzdem, Bro, es geht bei dir schnell, wenn du überlegst. Du bist in vier Jahren, zu sagen, bist du von, vor vier Jahren warst du einfach ein Homie, der gerne Mode hatte, der seine Hobbys gefühlt hat, der Interesse daran hatte. Und jetzt bist du ein etabliertes Model, verdienst deinen guten Batzen dadurch und bist angekommen, wo, du bist schon angekommen in dieser Liga. Du bist schon Champions League, Bro, aber du bist noch Benfica. Jackson, Bro, du bist noch Benfica. Du kommst in dieser Sechzehntel, aber es geht noch mehr. Diese Benfica ist ein guter Vergleich. Ich muss auch weiter rein, Bro. Weil 2023 sind wir dann rein. Ich habe mehr gemodelt. Ich habe trotzdem noch Content gemacht. Und habe dann aber auch so erste Anfragen bekommen, wo es hieß so, ey, du musst nach Italien. Oder hey, du musst nach Amsterdam. Oder hey, du musst nach Spanien. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, das nimmt jetzt hier wirklich Ausmaß an. So, das ist verrückt. So, ich darf reisen für Arbeit, mache dann da Content oder habe dann da einen Shoot und komme zurück, habe ein neues Land gesehen. Und noch mehr Geld verdient. Habe Geld verdient dabei, so, habe, und vor allem immer, wenn ich ein Shooting habe, auch wenn es im Ausland ist, das ist ja für mich perfekt. Ich kann Content machen, so, das ist Win-Win, sowieso. Das ist eh schon Win, das ist Win-Win-Win-Win-Win. Und das ist verrückt. Ich bin auch so dankbar dafür, dass ich jetzt gerade hier in den französischen Alten sein kann. Ich war letzte Woche in Schweden, davor war ich in Spanien, davor war ich in Paris für die Fashion Week. Leute, das ist verrückt. Also, ich kann das wirklich auch immer noch nicht glauben, so, weil da, wo ich herkomme, ist das wirklich nicht normal, so. Das ist wirklich verrückt. Und ich weiß das zu schätzen. Und seitdem sind die Jobs auch einfach teilweise einfach krasser geworden noch. Dann war das mal eine Bräuninger-Kampagne. Dann war das mal eine H&M Studio-Kampagne. Dann war das mal, wie gesagt, GQ-Kampagne. Und das ist alles einfach dieses, äh, 2023 gewesen so. Und das ist verrückt. Also, ich hätte mir das niemals ausmalen können. Und vor allem, wie du gesagt hast, eigentlich dann relativ schnell auch. Wenn man die Jahre vorher abzieht, ist es sozusagen in zweieinhalb, drei Jahren gewesen. Wo du von 0 auf 100 gegangen bist. Wo sich das so umgekrempelt hat. Ungefähr. Aber was würdest du sagen, wenn du das Revue passieren lässt? Was waren die drei wichtigsten Momente, die zu deinem Erfolg geführt haben? Die drei wichtigsten Momente. Erstmal der Umzug nach Berlin. Damit ich auch überhaupt in dieser Environment bin, wo ich auch kreativ ausleben kann. Wo Kreative sind, wo ich Kreative kennenlerne. Die von ihrem kreativen Schaffen leben können. Wo ich das überhaupt realisieren kann, dass man davon leben kann. Weißt du? Ich habe das vor meinen Augen. Das war sehr wichtig. Dann für mich auch sehr, sehr wichtig, mein Studium abzubrechen. Beziehungsweise zu pausieren. Ich könnte noch weitermachen. Es ist pausiert. Das war sehr wichtig, weil ich musste mich aus diesem Circle befreien. Du hast ein Schedule und du musst dann da sein. Du hast dann die Klausurenphase. Mich hat das sehr gestresst. Ich war in der Schule. Ich bin nur zur Schule gegangen. Ich musste zur Schule gehen. Ich habe mein Abi gemacht. Ich habe das gemacht. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht dieser Typ, der eine Schulbank drücken kann. Einer ist vor mir und sagt dann so. Und bis dann und dann müsst ihr das machen. Und dann bekommst du noch Aufgaben für zu Hause. Ohne Ende. Ich muss doch zu Hause noch andere Sachen machen. Ich will doch an meinem persönlichen Scheiß arbeiten. Das war sehr wichtig, dass ich das cancel. Weil da konnte ich mich wirklich voll und ganz Content Creation hingeben. Widmen, ja. So widmen. Ich konnte wirklich sagen, ich stehe morgen früh auf und ich mache den ganzen Tag Content. Das war der zweite Punkt. Der zweite Punkt war auf jeden Fall auch Management. Das ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist Management. Der dritte Punkt ist Management. Ja, 100 Prozent. Wieso Management? Weil die Leute aus dem Management, also die Gründer, die haben mir so viel Selbstvertrauen gegeben, weil die so an meine Vision geglaubt haben, da dachte ich mir so, okay, das ist verrückt. Ich habe ja selber schon dran geglaubt. Ich habe da noch mehr dran geglaubt. Weißt du, wenn du selber schon an was glaubst, oftmals glaubst du einfach nur daran, aber nicht fest genug. Aber wenn von außen dann noch jemand kommt, und es kann manchmal auch random sein, kann ein Endlich sein, und dann kommt der und dann bestärkt er dich nochmal in dem, was du machst und sagt so, ey, das ist geiler Scheiß, du mach das auf jeden Fall weiter, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Das löst so ein komisches Gefühl in dir aus, so ein Adrenalin, wo du dann so denkst, okay, ey, ich kann das nicht auf und ich muss da reingehen. Deswegen Community, Bro. Deswegen auch sehr wichtig, Freunde, wenn ihr einen Traum habt, es ist immer schön, wenn man alleine sehr fest an glaubt, aber ihr braucht ein Umfeld, die euch fördern, die euch ehrliche Kritik geben, die sagen, das ist gut, das ist schlecht. Das hat Potenzial, aber nicht Potenzial. Und auch wenn die Person falsch ist, falsch liegt mit der Meinung, trotzdem ist es gut, wenn man jemanden hat, der an dich denkt und für dich denkt, mit dir denken möchte. Was waren die drei wichtigsten? Ich würde sogar vielleicht die Consistency noch sagen, weil ich habe, jetzt gerade bin ich zum Beispiel gar nicht Consistent, weil ich model gerade eigentlich sogar fast mehr, als ich Social Media mache. Ja. Und deswegen Consistency ist auch so key. Ich sehe das gerade bei meinem Bruder Jeremy, kann dir auch gleich mal sein Profil zeigen, der, Bro, ich bin so stolz auf den, Bro. Das ist verrückt. Was macht der für Content? Der nimmt, auch so Fashion Content, Bro, der nimmt Social Media auseinander, Bro, der postet zweimal am Tag, Bro, schon seit sechs Monaten. Klass. Und war auf 10.000 Followern die ganze Zeit und es ist nichts passiert. Der hatte gerade dieses Tief, was mein Profil gerade hat. So mein Profil, Algorithmus funktioniert gerade für mich nicht. Und der hatte das Profil fünf Monate und der hat einfach weitergemacht. Durchgezogen. Bro, manche Posts von dem, Bro, gedroppt, Bro, hatten diese 5.000 Aufrufe, diese 230 Likes. Krass. Und du weißt, das ist krass. Ja, ja. Und er hat sich nicht runterziehen lassen, Bro, jetzt, Bro, explodiert gerade, Bro. Explodiert einfach, Bro. Nö. Du guckst Video, Video hat 10 Millionen Klicks. Krass. Ja, Bro. Aber machen sie Transition Videos? Ne, ne, nicht Transition Videos. Einfach so, einfach Fashion Videos, Bro. Okay, wir schauen mir den gleich an. Krass. Krass, krass. Bro, es ist echt verrückt. Auf jeden Fall Consistency auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich einfach generell nochmal so reinwerfen will. So, weil wenn man was macht, dann muss man lang genug nur dranbleiben, damit du auch überhaupt so ein Ergebnis sehen kannst. Weil ein Monat lohnt sich nicht, zwei auch nicht, drei nicht. Kann sein, erst nach dem neunten Monat passiert was. Aber dann ist das halt so. Bro, da wird nur was passieren. Dann wirst du das schmecken und dann wirst du checken, so, okay, ich muss dranbleiben. Weil es funktioniert wirklich, ja. Du musst nur fest genug dran glauben, hart genug dran arbeiten, die richtigen Leute um dich herum haben und dann passt das, Bro. Dann macht man das. Sehr, sehr wichtig. Auch die Leute um dich herum, wie du gerade gesagt hast. Sehr, sehr wichtig. Aber jetzt noch eigentlich mit die wichtigste Frage für mich aus diesem Podcast. Was würdest du, wenn du jetzt starten würdest, du würdest jetzt wieder bei null starten, aber jetzt heute, mit 2024, mit dem Wissen, das du hast. Was würdest du anders machen und wie würdest du generell starten, wenn du Social Media und Modeling wieder von null beginnen würdest? Boah, ich würde wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich sehr viel mehr Videocontent machen. Sehr viel mehr. Ich habe sehr, sehr spät angefangen Videocontent zu machen. Also Reels, TikTok, Shorts. Ja, also Videocontent ist verrückt. Ich würde nur, also ich würde sogar fast nur Videocontent machen. Das Ding ist, ich bin halt dieser, ich kenne Instagram noch ohne Videos. Ich liebe Instagram ohne Videos, Bruder. So wie geil war das so. So eine geile Zeit gewesen, Bruder. Und das hat mich so geprägt, dass ich sage, so, ich liebe es immer Fotos und Bilder zu machen. Weißt du, das ist geil. Aber Videos ist der Shit und ich würde viel früher anfangen, das ernster zu nehmen und Content zu planen. Ich würde das wirklich planen und sagen, okay, diese Woche, ich habe diese und diese und diese Ziele, weil dann ist es viel einfacher, das abzuarbeiten. Viel einfacher. Ich habe das alles so spontan aus dem Gefühl heraus gemacht. Ich bin auch ein sehr spontaner aus dem Gefühl heraus Mensch, aber ich merke, wenn ich plane, funktioniert immer alles erstens und alles funktioniert immer schneller. Und oftmals ist es einfach organisierter und besser noch am Ende des Tages. Für die Planung finde ich auch sehr, sehr krass. Und vielleicht noch als drittes. Boah, ich sage dir ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr. Ich wäre, glaube ich, noch ein bisschen weniger in diese, ich hätte noch ein bisschen mehr probiert, alles zu machen, was ich denke, also was ich machen will. Weil viele Sachen habe ich auch einfach gesagt, ich traue mich das nicht. Echt? Ja. Für viele Sachen war ich so, auch so dieses In-Kamera-Sprechen und so, da war ich anfangs auch erst. Ja, das ist lange gebraucht. Das hast du lange gebraucht. Bro, so auch so, weißt du, da wäre ich auch so, Bro, es juckt nicht, was Leute über dich denken. Es juckt nicht. Es juckt, was ein Andy über mich denkt, weil Andy, ich gebe ihm, also ich gebe ihm den Wert dafür, dass er sagen kann, okay, Bro, wenn er was scheiße findet, dann kann ich das ernst nehmen. Weißt du? Aber gleich auch bei dir, Bro, wenn ich, weißt du, hast du angefangen mit Reels, Bro? Ja, Bro, so einfach dieses Feedback, weißt du? Ja. Feedback so am Ende des Tages und dann auch viel, du gibst halt den Leuten die Macht, weißt du? Ja. Aber am Ende des Tages so, es juckt nicht, was überhaupt irgendjemand denkt, weil jeder hat nur dieses eine Leben und wenn du weg bist, Bro, dann bist du weg und irgendwann bist du auch komplett vergessen und der Typ aus deiner Schule, der der coolste irgendwann mal war, Bro, den wirst du nie wieder, den wirst du nie wieder, ich hab, ich hab ewig keine Leute aus. Aus meiner Schule gesehen, aber die haben mit, der ein oder andere hat mir eine DM geschrieben, meinte so, ey, boah, krass, du hast das wirklich durchgezogen, so, weißt du? Verrückt, Respekt und so. Bro, ich weiß gar nicht, ich kann euch schon sagen, der krasseste Moment, das ist zum Beispiel auch bei mir letztens, es kam so, es war glaube ich sogar der Manager war das, ja, der Manager war das. Ach krass. Chris hat mir gesagt, also Shoutout an Chris, er hat mir gesagt so, er war überrascht, aber er hat mich wirklich so gefragt, Bro, wie schaffst du viel Content zu machen? Weil ich grad so viel rausballere, jeden Tag Reels, vier Wibs die Woche, Podcast die zweite Woche, dann sagst du, wie schaffst du das? Und wenn du diese Frage erhältst, dann weißt du, du hast das richtig, dann weißt du, die haben mich auch in meiner Hochzeit erhalten, so. Dann weißt du, Bro, dann weißt du, die Leute, die fragen sich, wie kann er so kochen? Wieso? Wie kocht das so? Woher hat er die Zeit aufgeführt? Wo, wo, kreativ, Zeit, alles und ich kann euch sagen, da kommt einfach wieder das Team ins Spiel. Jungs, ich bin jetzt gerade, no joke, ich bin jetzt gerade zum Beispiel in diesem Festival, ja, ja, wir haben eine geile Zeit. Erstens, wir machen, ich aufstehe, ich schaue meinen Kalender an, ich sehe, okay, das kommt jetzt, das kommt jetzt. Ich muss an meinen Leuten schreiben, ey, Bro, wo sind wir hier? Weil ich bin grad wie einfach der Manager. Ich bin der Manager von meinem Team, muss schauen, dass das da online kommt, da muss das online kommen. Und das ist so, das ist grad so schwierig auch für mich, muss ich ehrlich sagen. Mhm, aber dieser Moment. Nee, aber du kochst, Bruder. Du kochst, Bruder, ja, ja, ja. Wir kochen, wir kochen, wir kochen. Aber nochmal so, persönlich einfach auf allen Plattformen, Bro, wie du das raushaust, Bro, krass. Bro, Arbeit, Arbeit. Krass, weil bei mir ist so, in meiner Agency so, die nennen mich immer Content-Maschine, weil aktuell bin ich keine Content-Maschine, weil ich droppe einfach nicht so viel. Aber früher, egal wo die hingeschaut haben, die haben mich gesehen. Die haben entweder ein Ad bekommen oder ich hab irgendwas gerade gepostet und ich hab nochmal was an dem gleichen Tag gepostet. Und haben die mal gesagt, Bro, Digga, was machst du eigentlich den ganzen Tag so? Kannst du auch mal chillen so? Ja, ja, fühl ich, fühl ich. Auch mein Manager ist auch schon des Öfteren zu mir gekommen, so, weil ich hab, Bro, ich hab schon lange keinen Urlaub mehr gemacht, so. Weil ich komm ja viel um die Welt einfach wegen Jobs, wegen Arbeiten. Same. Aber dieses wirklich, Bro, du gehst irgendwo hin und legst deine Arme hoch. Bro, da hatte ich vor zwei Jahren letztes Mal. So. Da hatte ich vor über zwei, na, da hatte ich vor drei Jahren im Fall letztes Mal. Weißt du, wie krass ich diese, als du zurück zum Hotel gegangen bist, als wir heute auf der Skipiste waren und wir da chillen konnten. Wo ich hab mir einfach diese halbe Stunde kurz, ich hab einfach gechillt und dann hab ich aber noch Content gemacht. Dumme Shots, Bro. Ja, ja. Dumme Shots gekommen, Bro. Glaube ich dir. Das ist auch so ein Ding, sei einfach bereit, deine Zeit aufzuopfern, ja. Nein, nicht aufzuopfern, sondern zu traden. Zu traden für deinen Traum. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Bro, wenn du den ganzen Tag zu Hause chillst vor deinem Monitor und du gönntest du dir drei Stunden FIFA, einen Stunden Porno, dies, das, anders, Bro, am Schluss liegst du da, hast krassen Dopamine gehabt. Aber so kurzfristig, Bro, du bist dann einfach im Moment am Leben, was auch nicht schlecht ist ab und zu, aber du musst long-term. Nachhaltig denken so. Nachhaltig ist so wichtig. Es ist, wenn du jetzt deine Zeit investierst, so, dann hast du die später, du bekommst die nochmal zurück, ist gar keine Frage. Aber Bro, jetzt noch die letzte Frage oder so letzter Impul, den ich noch von dir hören möchte. Was ist dein Ziel in den nächsten fünf Jahren? Was willst du noch ändern? Was willst du noch mehr machen? Super, 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 super stark. Ne, also erstmal generell mein Ziel ist einfach, dass ich so Kredibilität mehr bekomme, dass Leute verstehen, so, ich bin im Fashion-Kosmos. Zumindest in Deutschland, am besten sogar europaweit, so eine bekannte Person, wenn die was sagt, was Fashion angeht, Leute hören zu. Leute sagen so, okay, seine Meinung zählt, hat Gewicht. Das ist so mäßig vom Wert her, was ich erreichen wollen würde. Ähm, ich möchte Social Media, YouTube möchte ich auf jeden Fall auch den Fuß reinsetzen. Da möchte ich auch auf jeden Fall eine Community aufbauen, da möchte ich auch auf jeden Fall ein Following haben. Freunde checkt ab, ja, ja. Ey, YouTube, meine Lieblings-App, bro. Mit Abstand, bei mir. Also, Lieblings-Social Media. Mit Abstand. Also, ich liebe YouTube, bro, ich bin schon so früh YouTube drin, bro. Alberto Hamburger Hänger, bro. Alle. Bruder, diese ganzen... Alle. Alles früher abgecheckt. Aber ich habe, ey, Amerika-Smosh-Zeit mitgemacht, bruder. Wow. Diese MW2-Glitches, bro, habe ich abgecheckt, bruder. Früher war YouTube auch einfach nur Gaming, auch. Ja, ja. Also, wirklich super viel. Und ein paar Leute, die Skits gemacht haben. Comedy und Skits, genau. Comedy und Skits. Weißt du? Und so random so Fotovideos, wie so ein kleiner Sohn auf Fresse fällt. Diese Highlights. Ja, 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 ja. Oder so drunk rushing über Videos. Ich liebe diese App. Fail Army, fail Army, safe, bro. Ich liebe diese App so und für mich ist das auch die nachhaltigste Social Media App. Und deswegen will ich da unbedingt einen Fuß reinsetzen. Und das wird auf jeden Fall Main-Focus. Und ich möchte noch mehr Modeln tatsächlich. Ich möchte wirklich, ich möchte international modeln, bro. Das ist jetzt schon, bro. Ich habe jetzt eine Kampagne in Kambodscha geshootet, bro. Ich habe in Stockholm, bro. Ich habe, bro, ich bin, ich habe in Italien mit Champion geshootet. Bro, das ist schon verrückt. Ja, safe. Das ist verrückt, aber ich will dieses, bro, Leute denken, der lebt im Flugzeug, bruder. Ja, ja. Aber voll Nachteile, bro. Ich habe auch Freunde. Auf jeden Fall, bro. 100% die Check-Leblich. Ich habe Freunde, bruder, die wirklich im Flugzeug leben. Ich, ja, ich kenne auch Leute, die im Flugzeug leben, bro. Die erzählen mir alles andere, bruder. Ja, ja. Auseinander nehmen. Und dann natürlich auch, natürlich auch die Connection mit dem Bruder hier noch mehr. Erstens, erst mal aufrechterhalten, aufrechterhalten, aber noch, vielleicht noch mehr reingehen. Mehr Projekte machen. Mehr Projekte. Also, wir gucken da, Freunde, ihr könnt uns glauben, wir sind da wirklich am Kochen. Weil, ja, man muss wirklich sagen, Bro, ich habe viele Freunde, also ich habe viele Bekannte, ich habe wenige Freunde, aber ich habe noch wenige Brüder. Und von allen meinen engsten Leuten, die ich habe, bist du der Ähnlichste zu mir. So rein von Energy, auch meine Freunde, alle sagen, wir sind sehr ähnlich. Ach, krass. So Glöö, du magst, die sagen alles so, unsere Energy ist sehr ähnlich. Diese energisch, man hat Bock. Man ist so, bitch, man ist so edgy auf seine Art und Weise. Bro, ich habe so Bock auf diese Pistole. Ja, ja, auf die Party gleich. Ja, ja, ja. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Deswegen meine ich auch, schaut, ich möchte einfach noch zum Schluss auch mein Wort mitgeben. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin sehr, ich bin sehr stolz zu sehen. Ganz auf, Bro. Ja, ja. Ganz auf, Bruder. Ich bin sehr stolz auf dich, Bruder. Ich bekomme auch gleich die Tränen, Bruder. Tschüss, Bruder. Kuss, geht raus, Bruder. Ich muss mich noch fokussieren. Aber die Leute auch verstehen, ich bin sehr stolz auf dich, weil, Bro, du kommst nicht aus einfachen Verhältnissen. Ja. Also viele Leute auch, die zuhören, die müssen einfach aus der Story mitnehmen. Man kann, egal von wo man kommt. Ich habe Freunde, die sind im Rollstuhl geboren, Bro. Weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich meine, Bruder. Und die haben es geschafft auf die Spitze von YouTube. Ja. Bruder, du hast es geschafft, aus so einer großen Familie, wo man Angst hatte, die Mutter zu fragen nach Geld für Schulreise. Du hast es geschafft, Bro, ein Leben zu leben, wie unsere Vorfahren davon geträumt hätten. Das ist ja, was ich euch sagen möchte, Freunde. Seid euch bewusst, dass ihr euer Leben geschenkt bekommen habt. Von euren Eltern, von Gott. Und macht was draus. Ja, Mann. Egal, von wo ihr kommt. Egal, was für Eigenschaften ihr habt. Wenn ihr es wollt, dann schafft ihr das. Das ist das, was ich predige. Und ich werde es auch beweisen. Ich werde es auch allen noch beweisen, wie krass man mit einem Traum von Freundschaft kommen kann als Team. Und wir werden sehen, wo man endet. Aber das möchte ich einfach euch mitgeben, auch der Community. Weil die Leute, die jetzt noch zuhören, ich weiß, das sind deep, deep, deep core. Ja, ja. Eindliche Community. Die sind da, die sind da. Ihr seid da und wir wissen euch zu schätzen. Aber macht einfach was draus. Auf jeden Fall. Euer Leben hat sehr viel Wert. Andere Leute, die träumen davon, euer Leben dazu führen. Ja. Weil die sind gerade vielleicht in eurem Alter. Die müssen irgendwo in Kambodscha oder in Nicaragua oder in Genua Sandschaufeln. Weil die Geld brauchen für ihre Familie, damit sie was auf dem Teller haben. Deswegen willst du schätzen, was ihr habt und mach was draus. Krasse Worte. Weil man weiß nie, wie lange die Geschichte geht. Ja. Aber man muss am Ende sagen können, dass das alles es wert war. Boah. Freunde. Ey. Danke fürs Zuhören. Ja, danke, dass du dabei warst. Bro, liebe Browski. Ja, ja. Wirklich. War immer nur Liebe mit dir da, Bro. Gäste haut Worte gerade, Bro. Stark. Gut gesagt, Bro. Richtig gut gesagt. Danke fürs Zuhören. Like und Abo für ihren Bruder Basis. Und ey, bis zum nächsten Mal. Peace out. Macht's gut, Leute. Dankeschön.